Vor langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt. Aeron Wakashi, Tenotas, Anspomandoka, Elias Blank und Otrax Teatak haben den Angriff der Nächste überstanden. Aber in dem Wrack des Schiffes warten kaum Kralis auf sie. Daher ist es eine andere Geldquelle finden, werden sie auch noch herausfinden müssen, was eigentlich in dem Angriff steckt und warum Kratala sie so oft darüber anlügt. Ich gebe zu, ich bin überrascht, aber das war wirklich äußerst gut. Man hat es nicht gesehen, aber ich habe getanzt. Ich hätte es doch aufnehmen können, dann hätte ich das ins Video eingebunden. Ich habe unsichtbar getanzt, weil keiner hingeguckt hat. Also wenn mich keiner sieht, kann mich unsichtbar machen. Ich habe euch mal auf die Schiff-Map verlegt. Weil momentan, ja eh, fast alle in der Schiffzeit bis auf Kratalaum. Zum Glück. Wir hatten doch nicht gesagt, wir sind oben in dem Raum, oder? Ja. Ja. Weißt du, mal jemand ein oder raus? Ah, gut. Ich möchte ja nicht gehässig sein, aber... Aber... Ich fühle mich ausgeladen. Du bist doch da oben. Du weigst dein Ding. Siehst du nicht schon? Hä? Achso, die kommt jetzt noch nach. Ihr seid hier in der Besprechung. Wir sind hier weggelaufen, stimmt. Da war was. Ja, und ihr wart noch in der Besprechung, wie ihr jetzt weiter vorgeht. Und das Letzte, was euch halt aufgefallen war, dass Elias recht abwesend wirkte während der ganzen Geschichte. Ach ja. Der Toaster. Dann kriegt eigentlich der Torga-Blob meinen Icon, wenn ich einen gefunden habe, wo ich sage, ja, das ist Torga. Seit versprochen zehn Folgen ist da sicherlich schon ein Icon vorhanden. Ein Icon? Der war schlecht. Ja. Jetzt habe ich ihn auch verstanden. Wir waren beim letzten Mal irgendwie so halb verblieben. Wirklich eine Lösung hatten wir nicht. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal so verblieben, dass irgendwer, wahrscheinlich irgendwer Wichtiges, Aeron oder so, genötigt worden ist, das nochmal mit Katalle zu sprechen und der Sache auf den Grund zu gehen. Im Grunde kamen auf jeden Fall Stimmen auf, dass wir uns nicht unbedingt diesem unglaublichen Risiko aussetzen möchten, gegen einen Kruzantikreuzer zu kämpfen oder Schlimmeres, um Leuten zu helfen, die uns die ganze Zeit nur anlügen. Und dass wir im Grunde viel zu wenig wissen und viel zu viel angelogen werden. Das war da schon mit inkludiert. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir da wirklich stehen geblieben sind, aber das fühlt sich vertraut an, ja. Ja. Deswegen habe ich das einfach mal behauptet. In Ordnung. Also, folgendermaßen, da uns ja jetzt auch total bewusst ist, dass es gar nicht mal so klug ist, sich mit einem Kruzantik anzulegen. Für uns. Denkst du gerade an, IT oder OT zu sprechen? Ne, das ist noch OT und ich blubbere da gerade so ein bisschen rum, weil mir OT noch gar nicht bewusst war, wie dumm das IT tatsächlich ist. Es ist ein Schiff, was mindestens vier TIE Fighter tragen kann. Das ist ein großes, schweres, ultra gefährliches Schiff. Und wir sind nur ein kleiner Scout. Und das, hast du erst diese Runde erfahren? Ich glaube nicht. Nein, dass es dumm ist, wusste ich schon vorher. Nur noch nicht wie dumm. Ah. Ich dachte nur, es ist sehr dumm. Nicht unsagbar blöde. Wenn man das Gildeniveau unserer Charaktere betrachtet, dann geht das sogar. Dann ist es nur noch sehr dumm. Okay, dann machen wir es. Also, ja, aber tatsächlich sehe ich jetzt auch noch nicht ganz die Begründung, warum wir das für fremde Leute tun sollen, die uns seit wir hier sind verarschen. Das kannst du ja auch IT anmerken. Da gleich. Das war eine IT-Anmerkung. Okay, Entschuldigung. Ich würde dir aber ja auch zustimmen, aber, naja, ich gucke so ein bisschen drüber zu Anspor und wieder zurück in die Gruppe. Ich dachte, wir machen das damit, wir mit uns im Gewissen klarkommen können, alle zusammen. Auch wenn es nicht unbedingt die beste Lösung ist, ist es die richtigste Lösung. Und ich gehe dir zu Anspor. Und einfach zweimal fliegen ist keine Option, weil... Die wir fressen werden. Für zwei Wochen können wir die auch einschweißen. Generell ist es eine Option. Und es ist immer noch eine Option, bis zum nächsten Planeten einfach alle mitzunehmen. So viele können das ja nicht sein. Es wäre eine Option, wenn sie uns sagen würde, warum sie denn nicht will, dass wir zweimal fliegen. Weil es gibt da ja scheinbar jemanden, der diese nächste Dinge irgendwie darüber was weiß und irgendwie ein Teil deren Patrouillen entführt hat. Wenn wir da mehr drüber wüssten, wäre das ja eigentlich... Dann könnten wir ihre Entscheidung zumindest nachvollziehen. So bin ich immer noch dafür, dass wir sie hier lassen und den Rest mitnehmen. Weil sie lügt uns offensichtlich an. Und das tut man nicht. Zumindest nicht in dem Maßstab. Du weißt nicht, ob sie einen Bewegkunde dafür hat. Eine innere Stimme sagt mir tatsächlich, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. Das ist eins unserer Hauptprobleme. Das warst du nicht daneben, als wir gesehen haben, dass der Guzanti auf dem Weg hierher ist. Bei der Guzanti sektorweise. Ach, das meinst du. Okay. Ich möchte gleich... Sorry, bitte. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das letzte Mal nicht schon angesprochen haben. Fakt ist jedenfalls, dass wir nur noch wenige Stunden Zeit haben. Circa vier. Bis nach dem Rastermuster, was der Guzanti derzeit abfliegt und sucht, der Guzanti hier vorbeikommt. Ich bin dafür, dass wir einfach... Wir entern das Schiff. Fertig. Keine großen Schwierigkeiten. Wenn wir die Leute hier mit unserem Schiff tragen, selbst wenn wir nur die Hälfte mitnehmen würden, Stück für Stück, oder alle auf einmal, wäre ich nicht damit einverstanden, dass wir so viele Leute, die gegen uns sind in dem Sinne, auf unserem Schiff haben, während wir in der Minderheit sind. Ich würde lieber denen das Schiff besorgen und dass die dann alleine auf diesem Schiff wegfliegen können, anstatt dass wir hier unter Umständen Feinde transportieren. Der ist bewusst, dass das ein Kriegsschiff ist. Kriegsschiff hin oder her. Wenn wir da drauf landen und ich mit meinem Blaster um mich schieße... Da kann man nicht drauf landen. Also wir können da nicht drauf landen. Ja, irgendwie werden wir da schon drauf kommen. Dieses Ding hat hier irgendwo auch so ein Seil-Dings, das man rausschießen kann. Also hinten auf, dann springe ich rüber, keine Ahnung. Andock funktioniert sobald das Schiff keine Waffen mehr hat. Und das ist nur Waffe. Also wenn wir es zerstört haben. Okay, Plan Nummer zwei. Wir fliegen da schnell vorbei. Ich springe drauf und schalte das Ding von innen aus. Wie wollen wir damit Leute transportieren, wenn wir es zerstört haben? Das klingt voll dumm. Nein, die Leute drinnen ausschalten. Das Personal. Achso, das kann ich. Können wir gezielt die Waffensysteme ausschalten? Bestimmt. Mit Waffensystemen kenne ich mich ja aus. Also man kann regeltechnisch gezielt Waffen nicht angreifen, aber du kannst versuchen Systeme zu stören, indem du Schiffe hackst. Regeltechnisch. Ansonsten reicht es auch regeltechnisch aus, wenn man den Bordschützen tötet oder ihn davon abhält zu schießen. Genau. Politische Treffer gegen Schiffe können auch Waffen zerstören. Ja. Und Crits können wir mit Vorteilen generieren. Genau. Das ist unsagbar glücksabhängig, aber okay. Ihr habt schon verstanden, dass ihr keine Möglichkeit habt, aufs Schiff zu kommen, okay? Oder? Ich denke, wenn wir die Waffen ausgeschaltet hätten, dann können wir aufs Schiff... Wenn wir die Waffen ausgeschaltet hätten, und wie kommen wir zu dem Punkt? Ohne das Schiff zu zerstören? Wir schießen drauf. Ein bisschen genauer, aber wir schießen drauf. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Wenn wir einen der Ties potenziell bergen würden... Da ist nichts mehr von übrig. Negativ. Also kein Notsignal von den Ties aussenden? Nee, und damit hätten wir auch unseren Überraschungseffekt weg. Wie lange ist es ja, dass wir die abgeschossen haben? Stunde? Mhm. Naja, mir geht's jetzt nicht um den Überraschungseffekt, sondern dass wir denen halt eine Falle stellen. Aber die können hier auch nirgendwo landen, also es ist total egal. Aber wenn die zum Notsignal kommen, werden die schon darauf vorbereitet sein, dass etwas Böses ist, und dementsprechend wird der Überraschungseffekt oder eine Falle gen Null sein. Also wir müssen die angreifen, wenn sie es jetzt nicht erwarten, während sie noch suchen und einfach nur in Bereitschaft sind und nicht aktiv an den Waffen sitzen oder sonst was tun. Äh, Torka ist auch da, ne? Ja, Torka ist auch da. Torka, was und wie lange bräuchtest du eigentlich, um die Ladeluke zu reparieren? Mit Ersatzteilen geht das relativ fix und, ähm, diese weißhaarige Frau hat ja auch angeboten, mir zu helfen. Ich denke, mit etwas Hilfe schaffe ich das in einer halben Stunde bis Stunde. Perfekt. Das wäre mir sehr wichtig, wenn das diese blöde Ladeluke so schnell wie möglich wieder funktioniert. Ich lasse euch mit euren Suizidgedanken mal alleine und gehe mit Kratala sprechen. Oder hat irgendjemand was dagegen? Das ist mit dir, sprichst? Natürlich nicht, warum soll ich was dagegen haben? Anspo steht auf und steht. Ja. Das ist gut, sobald Anspo weg ist. Mhm. Und auch außer Hörreichweite, darauf werde ich achten. Mhm. Im Cockpit gibt's ne Kamera, die zeigt, wenn irgendjemand die Ladeluke verlässt. Okay. Passt dir dann auch gut. Perfekt. Gut, weil nämlich, wenn diese Luka auf alle Fälle funktioniert, dann können wir sicher gewährleisten, dass, falls das Ganze schiefläuft, dass wir hier abhauen können und wenigstens selbst flüchten können. Ja. Dann lassen wir die armen Leute unten zurück. Ganz ehrlich, wenn Anspo nicht hier wäre, würde ich hier auch zurücklassen. Oh. Ich wollte denen wohl helfen. Ein Teil von denen scheint nett zu sein. Ich bin bereit, denen zu helfen. Darum geht es nicht. Es geht mir nur darum, falls dieses Unterfangen wirklich schiefläuft, möchte ich ganz gerne ein funktionsfähiges Schiff, das wir im Zweifelsfall fliehen können. Das klingt clever. Und mit nicht funktionierender Ladeluke können wir nicht fliehen. Wir könnten einfach die Touren vom Turbolift abdichten, nur Charles. Aber ne funktionierende Rampe ist besser, da hast du recht. Okay. Torga, kannst du dich sofort darum kümmern? Ähm, ja. Ja, ich gehe dann mal runter und frage nach Ersatzteilen. Perfekt. Und damit steht Torga auf und geht los. So. Er ist weggeploppt. Nochmal bitte? Er ist einfach weggeploppt. Torga, der ist zur Abbrüge gegangen. Okay. Ähm, gut. Zum Angriffsklan. Wir können, wie gesagt, entweder die von außen beschießen und irgendwie ausschalten. Oder wir fliegen nah genug dran vorbei, dass wir irgendwie schnell... Ich bin das Enter-Kommando. Ich würde nämlich auch sagen, wir entern die und setzen dieses Schiff der wenigsten Gefahr aus und schalten das Ding von innen aus. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass Entern die sinnvollste Variante ist. Das Problem ist tatsächlich für mich, der Schritt da rüber zu kommen. Ähm, ich hebe so meinen Arm von dieser Rüstung. Wie gesagt, dieses Ding hat irgendwie so einen Enter-Schieß-mich-tot-Seil-Haken, dass man irgendwie, glaube ich, auf Distanz schießen kann. Ähm, ich würde wahrscheinlich versuchen, einfach auf der Rampe hinten stehen und dann im Vorbeiflug in die TIE-Fighter-Bucht irgendwie reinzukommen. Ich kann meinetwegen hier den Vertrag noch im Arm halten und rüberfliegen. Gut, das ist keine Bucht. Ich kann mal eben einmal ein, äh, euch da rüberziehen, damit ihr einmal noch in Erinnerung habt, wie die Dinge aussehen. Ich frage, es wüsste das Tenor überhaupt. Ja. Was sind so, die Dinge? Ja, man kann von außen irgendwie da einfach dran und dann ne Luke finden oder keine Ahnung. Oder sich durch die Dinge ins Schneiden. Shit, wir haben kein Lichtschwert. Zieh dich ans Cockpit-Fenster und schieß da durch. Oder sowas. Surprise, motherfucker. Also wir können das auf alle Fälle probieren und ich halte das... auf eine erschreckende Art und Weise für die beste aller dummen Ideen, die wir haben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass bisher alles, was ihr an Ideen habt, mega dumm war und ich das erste Mal eine Idee habe und meine Ideen bisher immer gute Ideen waren, obwohl sie keiner befolgt hat. Gut, in Ordnung. Ich möchte es nur angemerkt haben. Das heißt, wenn es schief geht, dürfen wir dann auch über dich lachen. Klingt doch super. Dürft ihr dann, aber... Ich habe über euch auch nicht gelacht. Ich habe mich nur darüber aufgeregt. Oh. Ich habe nicht vor, über irgendwen zu lachen. Tatsächlich ist es nach wie vor der beste Plan. Mehr oder weniger. Wir machen es diesmal, wie Tenno sagt. Wo genau befindet sich die Offensteuerung auf so einen konstantigen Holzer? Das weiß vermutlich nur jemand, der einmal eine Wissensprobe gewürfelt hat und zwar, lass mal eben nachgucken, entweder Education gegen 4, äußerer Rand gegen 3, oder einmal Pilotplanetar anstelle von Geschick mit Intelligenz würfelt, gegen 2. Das würde Otrak... Moment, Planetar oder Space? Space, Entschuldigung, Space. Dann würde Otrak das nicht probieren. Gegen was, gegen Intelligenz? Also entweder Pilot-Weltraum über Intelligenz und nicht über Geschick gegen Schwierigkeit 2, äußerer Rand gegen Schwierigkeit 3, oder Allgemeinbildung gegen 4. Muss ein Skill vorhanden sein, um das machen zu dürfen? Nein. Da. Klappt. Na gut, ich habe gefragt. Ich werde ja wohl nicht wissen, wo das Ding ist, wenn ich frage. Warum habe ich gewürfelt? Okay. Aeron und Tenno haben durchaus das, was ihr hier seht, grob auf dem Schirm. Das heißt, die dorsalen, also die hinteren Geschütztirme beim Guzzanti, werden halt da und da gesteuert. Die anderen Waffen aus dem Cockpit. Okay. Okay. Dann würde ich den Geschützstörer auch annehmen. Also wir versuchen ganz gezielt die Waffen außer Gefecht zu setzen? Erstmal ja. Und falls das nichts wird, entern wir. Naja, wir werden so oder so entern müssen, aber trotzdem, die Waffen sollten wir vorher außer Gefecht setzen. Ja, wie gesagt, im Notfall machen wir halt den Vorbeiflug-Enter-Versuch, statt den Ausschalten und gemütlich draufgehen-Enter-Versuch. Gemütlich. Danke. Die, lass mich mal nachgucken. Ähm, Aeron ist ja auch durchaus über die Waffnung etwa im Clan. Das heißt, äh, auch Photonen-Torpedos und zwei vierlinges Geschütze und halt die beiden hinteren normalen. Das heißt, äh, du kannst, weißt auch in etwa, was das Ding für Feuerkraft haben dürfte, aber weißt auch, was das Ding schwerfälliger und langsamer ist als ihr. Ja, haha, er hat Photonen-Torpedos gesagt. Können die ihre Waffen ohne Probleme in alle Richtungen abschießen? Oder lohnt es sich vielleicht von oben oder von unten oder so anzugreifen? Ähm, da weiß Aeron und Tenno, dass die hinteren Geschütztirmen in alle Richtungen schießen können. Die vierlingsgeschütze, die beiden vierlingsgeschütze können nur nach vorne und die eine nach links und die andere nach rechts. Okay, also es ist von hinten die beiden, äh, äh, hinteren Geschütze ausschalten, total klug und dann hinten bleiben. Mhm. Und die Photonen-Torpedos können nur nach vorne. Dann ist hinten bleiben total klug. Und vor allem, dass sie keinen Jäger mehr haben. Ja. Okay, ja, ja, ja. Entschuldigung, ich hab mich vertan. Ähm, es gibt zwei Steuerbord und zwei Backbord-Geschütze, die halt nach vorne und, ja. Ja. Also vier Geschütze, die auf, äh, die rundum schießen können. Nein, zwei, die rundum schießen können und, äh, zwei für links und zwei für rechts und vorne. Also hinten ist, habt ihr, wie gesagt, nur, von hinten habt ihr nur zwei Geschütze, die euch beschießen können. Also wenn wir es tatsächlich schaffen würden, die beiden außer Gefecht zu setzen und dann irgendwie von hinten rankommen, wäre das relativ machbar. Wenn ihr es schafft, hinten zu bleiben, ja. Das Ding ist groß und langsam. Wird wohl klappen. Oh mein Gott. Hab Vertrauen in deine Waffen-Narren. Gut, wir machen das so. Also, das ist das, was ihr wisst. Ja. Okay. Und wer hat jetzt den Mut, Angst vor dem Plan zu erzählen? Wir sagen einfach, wo sie hinfliegen soll. So einfach ist das. Ich bin das doch schon etwas gemeinsinnig mit einzuschließen. Du musst doch mal wissen, was sie... Ach, lassen wir das. Sie hat sich selbst entschieden, aus diesem Raum rauszulaufen, bevor sie zu irgendeiner Musikbeweg gekommen sind. Ich glaube, es... Nochmal, bitte. Elias, ich glaube, das ging ein bisschen unter, was du gesagt hast. Oh, die gleiche, die ich geredet habe. Ich habe jetzt nicht dazu entschieden, aus dem Raum zu gehen, bevor wir zu irgendeiner konklusiven Idee gekommen sind. Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, es ist nicht so. Vielleicht erörtert sie mit Kratala ja auch tatsächlich eine Variante, die weniger gefährlich für alle Beteiligten ist. Wie zum Gleichstift. Keine Ahnung. Mit der Friedensflacke reinfliegen und sagen, hey, wir wollen gerne euer Schiff haben. Ich glaube eher, die erzählt auch Anspor-Lügen, so wie sie uns angelogen hat. Voll unhöflich. Ich sage dir vielleicht nicht, dass ich ernsthaft damit rechne. Ich ziehe einmal Anspor nach unten in deinen Raum. Ihr könnt durchaus hier weiterreden. Oder halt, ich weiß nicht, ob Nils mitkommen möchte wegen der Aufnahme. Du bist der Spieleiter. Entscheide du, wie das gerade passend ist, was möglich mit rein kann und was nicht. Wenn ihr hier noch weiter IT reden möchtet, dann macht das Sinn, wenn du hier bleibst. Ich werfe in der kurzen Pause, weil ich mein Bier aus dem Kühlschrank aus dem Eisschrank holen muss. Okay, dann. So reden wir hier nicht IT weiter. Okay, dann ziehe ich Anspor immer runter. Anspor, die eben bist du da, Anspor? Ja. Okay. Nachdem Anspor ihren Raum verlassen hat und das Schiff runter geht und zur Entry-Ramp kommt und den 2 Meter Sprung vor sich hat. Nee, nee, nee. Ich wollte über die Laderampe, weil Springen ist scheiße. Okay. Und dann lässt du dich mit der Laderampe runterfahren und machst den letzten Satz auf den Boden und in dem Moment, wo Anspor's Füße wieder Chorgana berühren, wird ihr ein wenig schwummrig und sie scheint ähm sie wird leicht schwarz vor ihren Augen und dann sieht sie fast schon visionsartig wie wie sie durch die Pathfinder geht ähm mit ihrer Blasterpistole in der Hand und dieses Gewicht der Pistole fühlt sich in ihrer Hand irgendwie leicht an und und alles was sie in dem Moment ausfüllt ist unglaublich tiefe Trauer und Verzweiflung die sich in Wut umwandelt und in jedem Schritt in jedem Schritt den sie weiter durch die Pathfinder geht und ihrem Ziel näher kommt ähm wird sie immer wütender und wütender über ihre Situation und die gefühlte Handlungsunfähigkeit die sie hat und dass all das was im Grunde ihre Wünsche und Ziele darstellt nicht erreicht werden kann und über diese Verzweiflung ähm und die Wut die sich daraufhin aufbaut geht sie durch die Pathfinder und mit dem Ziel was ihr jetzt klar wird das einzige was sie tun müsste um endlich mehr Kontrolle und Handlungsfähigkeit zu haben sich von all dem zu befreien was sie einschränkt und dazu gehört auch ihre ihre Einstellung zu Dingen eigentlich wäre alles viel einfacher wenn sie sich von den Lasten einer Gemeinschaft befreien würde und mit dieser Erkenntnis drückt sie auf die Tür zu der True Lounge und dann steht sie wieder auf dem Boden von aber aber er ist schon wieder da ähm ja Anspor ähm sieht halt auch dass gerade Katalla dabei ist die Beerdigungsvorbereitung ein bisschen zu koordinieren und auch dabei hilft nachdem sie wieder aus dem Wrack rausgekommen ist und dabei fällt Anspor halt auch so ein bisschen auf dass die Menschen die hier leben die alle sehr quasi sie sehen aus als wenn sie lange gelitten hätten und das klingt auch an ihren Kleidung und ihren Narben die sie überall haben ähm die scheinen untereinander relativ offen miteinander umzugehen aber in dem Moment wo Katalla halt rauskommt sieht Anspor auch dass manche zumindest Katalla mit einer sonderbaren Form von Respekt ansehen die durchaus auch so ein bisschen Angst beinhalten könnte Anspor kann das in dem Moment erstmal nicht wirklich bearbeiten und noch gefangen von den Gedanken die immer noch um den Traum kreisen wird also eher so am Rande wahrgenommen und erstmal noch nicht direkt verarbeitet und geht dann einigermaßen zielt trebig auf Katalla zu Sie können halt auch dass Anspor offensichtlich Zielspur hier auf Sie zu geht Ja wird dann ihre Arbeit beiseite legen und mal in Richtung Anspor gucken Erwartungsvoll Hey Können wir reden? Äh sicher im Moment Lebt das halt weg was sie da gerade machen ist und geht dann zu Anspor und Silvo offensichtlich mit ihr so ein paar Schritte gehen und währenddessen reden Anspor wirkt ein bisschen verstreut und reagiert entsprechend mit einer kurzen Verzögerung auf die Gestiken die darauf hindeuten dass Katalla gehen möchte und dann schließt sie sich Katalla an und geht mit ihr Also worüber möchtest du reden? Habt ihr euch besprochen? Wieso möchtest du nicht dass ihr mit uns kommt? Wie meinst du das? Die anderen haben sowas gesagt Du meinst alle auf eurem kleinen Schiff oder wie? Die anderen haben gesagt dass du nicht mitkommen möchtest zum Beispiel wenn wir zweimal fliegen müssen oder so Wir können nicht zweimal fliegen das dachte ich das wäre klar aber natürlich werde ich wenn bei meinen Leuten bleiben Wieso können wir nicht zweimal fliegen? Zunächst werden wir höchstwahrscheinlich bald entdeckt was dir deine Kollegen eventuell auch gesagt haben Außerdem hat der Nexo-Angriff einen Großteil unserer Versorgungsanlagen zu sterben und einige wenige von uns sind hier alleine sicherlich aufgeschmissen Okay das kann ich verstehen Und was ist wenn wir euch alle mitnehmen aber nur bis zum allernächsten Planeten fliegen und von da aus dann weiterschauen von da aus dann vielleicht mehrere Sprünge machen um euch irgendwo hinzukriegen Ich muss sagen dass es zu unsicher ist Das funktioniert so nicht Woher wissen sie das? Was daran ist zu unsicher? Anspor Das kommt nicht in Frage Ich dachte wir hätten bereits zusammen mal an Lösung gearbeitet Die Lösung besteht anscheinend gerade darin dass die anderen sich Gedanken machen wie sie vor dem Bug eines Guzzantikreuzers Selbstmord begehen können Ich sehe das noch nicht wirklich als Lösung Es geht darum das Schiff zu übernehmen nehme ich an und euch fehlt es an einen Film Das ist ein Kriegsschiff Es gibt keine guten Pläne um Kriegsschiffe einzunehmen Weil alle Pläne die irgendwie in die Richtung gehen immer irgendwen das Leben kosten Nicht unweigerlich Ein solcher Plan würde nur für jemanden tödlich enden wenn schlecht umgesetzt wird Wie ist dein Ansatz das Ganze zu gehen oder darf ich einen Vorschlag machen Mein Ansatz wäre es nicht zu machen wenn es einfach gefährlich ist und die Wahrscheinlichkeit dass wir da lebend rauskommen erstreckend gering sind Ich sage doch das ist keine Option Aber wenn du einen guten Plan hast dann solltest du das vielleicht oben einbringen Die sind da gerade am Pläne schmieden Ich glaube ich bin aktuell nicht die richtige Person um über Pläne zu sprechen Da alle Pläne die ich in letzter Zeit gehört habe gegen das sprechen was ich für richtig halte Und dein Vorschlag wäre es dass die Leben meiner Mitarbeiter zu riskieren indem man sie nur bis zum nächsten Leben Planeten bringt oder teilweise absetzt das entspricht eher dein Es wäre viel sicherer für alle als die Leben der gesamten Crew der Pathfinder weg zu werfen Das willst weder du noch könnte ich das jemals wollen Das ist das aber Den Guzzantikreuzer zu übernehmen ist Selbstmord Nun wie sich das anhört hattet ihr vor dem anderen Schiff Luftkampf zu gehen Das ist glaube ich deren primärer Plan Ich weiß nicht viel über diese Schiffe aber so wie du sprichst wirkt das als würde dieses eurem weit überlegen sein Wie wäre es wenn ihr die Besatzung zwingt zu landen oder zumindest ist einige auf diesen Planeten zu schicken Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann haben sie keine Möglichkeit mehr Leute runter zu schicken außer sie landen und ich wüsste nicht mal wo sie hier landen könnten und ich denke wir sollten das mit allem besprechen ich möchte sie nicht in Nähe dieser Baris wissen das sollte klar sein dann solltest du wohl dazu kommen begleitest du mich In dem Moment kommt euch Torgar entgegen der ein bisschen suchen sich umgeguckt hat euch entdeckt hat und auf Kratala zugeht Kratala richtig Ja richtig Wo finde ich die Ersatzteile Ich habe soeben einige Leute beordert das was wir haben zu holen leider hatte ich falsch im Kopf was wir bei uns haben so wie es aussieht fehlen einige der hydraulischen Teile die wir brauchen Oh äh das ist schlecht aber ich werde mal schauen was ihr gefunden habt aber danke erstmal und mit den Worten guckt er sich suchend um und sucht sich offensichtlich irgendjemanden der Leute da die er fragen kann ja lässt ihn mal gehen die werden ihnen glaube ich nichts anderes erzählen als ich ja sollen wir dann reingehen ganz panicked und macht dann eine andeutung dass sie Katala folgen würde ja geht Katala auch in Richtung Schütz ja Laderampe im Schiff Fahrstuhl oben ja dann seid ihr oben gehen wir direkt durch dahin jup die anderen immer noch ins Gespräch vertieft wie man hört hören wie sich Schritte von mindestens einer Person den Gang runter wieder nähern wir sind schweigend ins Gespräch vertieft offensichtlich also wir bleiben dabei dass wir von hinten angreifen und versuchen nicht in die Schussreichweite der anderen Geschütze zu kommen und dann von hinten entern Gott wenn man das so sagt ja und dann geht die Tür auf und Anstpor und Krattala stehen vor euch ah guten Tag dürfen wir jetzt den Herrschaften anschließen selbstverständlich selbstverständlich jetzt dich mal neben Tenno die Leute es nickt einfach in Richtung der Leute die ankommen unser aktueller Plan sieht so aus dass wir versuchen hinter dem Guzanti zu bleiben und von dort aus die beiden hinteren Geschütze außer Gefecht zu setzen so können sie uns mit keinem anderen Geschütz weiter in die Mangel nehmen und versuchen dann von dort auf das Schiff zu kommen das halte ich für unvernünftig darf ich auch euch gegenüber einen Vorschlag machen ich bin für alles offen was klüger ist als dieser Plan es wäre sicherlich von Vorteil auch im so dessen dass das Schiff nicht beschädigt werden soll wenn wir damit wieder wegfliegen sollen vielleicht besser wenn ihr die Crew an den Boden holen könntet ja wir fragen einfach ganz nett hey könnt ihr mal runter kommen wir möchten euch gerne das Schiff klauen das kann ich machen das wird sicherlich funktionieren ja habt wahrscheinlich wenig durchdachter Vorschlag meinerseits was wäre wenn ihr die Pathfinder in einem der nächsten Sektoren die durchsucht werden sollen platziert und einen Notseeker sendet dann würden die einen Kommandotrupp schicken aber nicht die gesamte Besatzung des Schiffes und vor allem würden sie auch nicht landen aber ein Kommandotrupp ist doch vollkommen ausreichend wenn man nur neue Anziehsachen braucht genau soweit ich das verstanden habe haben sie keine andere Möglichkeit als zu landen um irgendwie noch auf den Boden zu bekommen naja ihr habt ja auch Leute runter gekriegt ja aber sie müssten kurz über Boden hofern außer natürlich es sind Profis und sie wissen wie man sich vernünftig abholt nachdem man aus einem Schiff springt oder die sind nicht hier um irgendwie Sachen zu sichern sondern um Sachen auszuleuchten in welchem Falle sie einfach die Schiff die Parts wenn sie die sehen abschießen und dann weitersuchen nachdem was auch immer nachdem sie suchen völlig egal wir können aber auch wir können die Passfinder tatsächlich versuchen irgendwo anders wieder an dem Ort zu verstecken wo wir vorher waren oder ähnliches und ein anderes Notsignal wir irgendwie eine Notfallbarke oder so das zusammen Geschösser kriegen oder wie durchaus möglich also mit ein paar Schrottteilen im Sender könnt ihr durchaus sowas wie einen Notsignalsender basteln das ist nicht so das Problem das halte ich für die tatsächlich sinnvollere Variante als die Passfinder auf dem Präsentierter zu stellen und wenn das sie nicht interessiert dann haben wir was zwei Stunden oder sowas verplempert die anzulocken auf die zu warten und dann reagieren die nicht weil sie nichts sehen können außer dem Signal können wir dafür nicht die Rettungskapsel nehmen die hat doch einen Sender den man dafür nutzen kann und der wirkt authentisch wenn sie den hier entdecken gut ja macht die wer wollt naja wenn das nicht klappt können wir den anderen Planen immer noch durchziehen aber wir haben Zeit verschwendet ist das Problem Zeit die wir von der wir nur wenig Zeit haben ja aber der andere Plan braucht keine große Vorbereitung oder ich halte Eurons Einwand für absolut vernünftig Tenno lehnt sich zurück die Arme hinter den Kopf wie er meint okay klingt in der Tat besser als einen Raumkampf anzugehen den wir vielleicht verlieren und Rack was sagst du dazu ich würde gerne was machen wo ich hinter keine Leute umbringen muss also wegfliegen dann ist die Variante mit dem falschen Notsignal sogar besser das verstehe ich nicht warum wenn wir das den Guzanti beschießen wird schon allein dabei wird es Opfer geben womit wir aber im übrigen bei der generellen Frage sind was wir denn hinterher mit der Crew machen Am leben lassen wir haben zwei Schiffe die kriegen wir doch bestimmt irgendwie mit Das ist die offizielle... Wir sind toll, wir sind das Imperium. Ja. Das ist die offizielle... Das Imperium hat verkünden lassen, dass ausgebildete Soldaten effizienter sind als Klone, also benutzen sie Stormtrooper und keine Klone mehr. Was für ein... Lassen wir das. Also jedenfalls... Betäubungsschiss. Kein... Ja, darum ging es jetzt nicht. Was machen wir dann hinterher? Also, was wollt ihr dann hinterher mit der Crew machen? Darüber kann man sich da Gedanken machen. Wir haben auch jetzt Zeit, uns über Gedanken zu machen. Gerade hast du noch gesagt, Zeit ist kostbar. Und wir sollten sie jetzt nutzen, wenn wir sie haben. Das ist das erste Vernünftige, was ihr sagt. Ich hab sie jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ah, unrichtig. Dann wäre es, wenn wir jetzt erst mal das Signal planten und dann unsere Gedanken machen, dass wir sie dann irgendwo aussetzen. Dann entscheiden wir das alle und dann machen wir das. Ich glaube, ihn die Käthe durchzuschneiden wäre, der Gnädiger wird tot. Bitterböse Blicke an Elias Blank. Von Ohtrak verwirrte Blicke zu Elias Blank. Tendo zuckt mit den Schultern. Tendo, wir lassen sie hier und sie überleben ein paar Monate. Wir müssen jeden Tag um Überleben kämpfen und sie fürchten. Oder wir machen es ganz schnell. Es hat was Wahres dran. Die wüssten am Ende zumindest, dass wir das waren. Und die könnten das Schiff beschreiben. Und falls einer darauf achtet, vielleicht auch die Seriennummer ablesen. Und dann haben wir das Imperium auch noch definitiv am Hintern. Wegen Angriff auf imperiales Personal. Ernsthaft, Tendo? Du bist kein bisschen besser als die Herrscher, die du seit Jahren versuchst, irgendwie abzuschlagen. Ich will die nicht umbringen, aber ich sage, es ist was Wahres dran, dass wir damit auch noch in mehr Probleme kommen. Boah. Ha. Durchaus, ja. Nicht, dass ich damit Probleme hätte, aber ich wollte es angemerkt haben. Später. Wenn ihr nebenbei alle für die, die Mechaniker und für Kartala, wenn ihr den Rettungspot benutzen wollt, müsstet ihr eigentlich nur den Notfallsendungszeug, was das Ding ja sowieso immer noch ausstrahlt, nur ein bisschen verstärken. Das dürfte mit zehn Minuten Arbeit überhaupt kein Problem sein. Ist denn dieser Rettungspot in dem nächsten Sektor, der überflogen wird? Der ist quasi in diesem Sektor, also mit in diesem Raster, von der Größe her, und mit der Pathfinder, wenn ihr schnell fliegt, schafft ihr es definitiv in 15, 20 Minuten dahin. Aber dann kann es halt durchaus sein, dass der Guzanti euch entdeckt. Gut, der Guzanti kann uns aber auch potenziell entdecken, wenn wir darauf zufliegen und angreifen wollen. Ganz genau. Also ist das jetzt relativ wurscht. Ja, dann macht Kartala diesen Vorschlag. Das zu aktivieren. Ein Blick in die Runde. Ganz vorstarrt immer noch finster Tenno an. Vielleicht nickt. Können wir aufhören, einfach sinnlos böse in die Runde zu gucken? Das ist überhaupt nicht konstruktiv. Jeder hat hier ein Recht, seine Meinung zu äußern. Und Tatsachen auf den Tisch zu legen. Und du verteidigst ihn und meinst, das wären Tatsachen? Es sind Tatsachen, dass wenn sie überleben, könnten sie potenziell die Passfinder beschreiben. Da hat er vollkommen recht. Und es sind auch Tatsachen, dass es nicht unbedingt als Gnade zu umschreiben ist, irgendwie die Besatzung des Guzanti einfach hier lassen und sie ihrem Schicksal überlassen auf einem Planeten, der so tödlich ist wie eine Supernova. Niemand hat davon geredet, sie hier zu lassen, sondern sie irgendwo auszusetzen. Weil das Imperium ja auch überall so sehr gelebt wird. Dann suchen wir halt nicht den letzten Drecksplaneten aus. Negativ. Das heißt, wir würden die für, was, vier Wochen oder so im Lagerraum behalten und die durchfüttern? Für eine Woche maximal. Zeugen müssen unter allen Umständen beseitigt werden. Es ist unmöglich, die Menschen auf dem Mann im Schiff im Leben zu lassen. Es ist unmöglich, irgendwen einfach so abzuknallen, nur weil es gerade bequemer ist oder in Zukunft bequemer sein könnte. Also, ein Plan wäre, dass wir die mitnehmen, ja, auf den nächstgelegenen Planeten absetzen, ja, aber wir nehmen von dem Frachter das imperiale Notsignal mit und schmeißen ihm das hinterher, dass die recht schnellstmöglich von ihren Leuten gefunden werden und nicht von irgendwelchen, naja, Leuten, die nicht so friedlich gesonnen sind. Danke. Aaron start ein bisschen start ein bisschen gen Anspor. Es ist jetzt nicht klar zu definieren, welche Mimike er hat. Also, was auffällt, ist, dass Anspor eine aggressivere Haltung und Grundstellung einnimmt, als sie es sonst getan hat. Und auf jeden Fall extrovertierter wirkt, als sonst. Sonst ist sie ja immer sehr zurückhaltend und eher schüchtern. Jetzt wirkt sie gerade eher bestimmend aggressiv. Gereizt. Also, ja. Die Leistung steht, glaube ich, mit dem Kopf. Anspor, ich bin unglaublich begeistert davon, dass du deine Lethargie und deine Passivität in solchen Diskussionen abgelegt hast und konstruktive Kritik beisteuerst. Aber beruhig dich bitte ein bisschen. Naja, es macht ja Sinn, was sie sagt. Ich meine, ich bin auch relativ eher dafür, sie nicht umzubringen, aber ich wollte auch darauf hinweisen, dass wir dann hundertprozentig auf einer Fahndungsliste landen und wir in Kernwelten nur noch sehr schwer reinkommen werden. Oder zumindest jedes System, wo imperiale Präsenz sein wird. Ich will nur, dass ihr euch alledem auch bewusst seid. Wenn wir nur, weil diese imperialen Soldaten uns verraten, und wenn die noch irgendwo abgeschossen werden, an wem klebt denn wohl? An welchen Händen klebt denn das Blut? Der gesamte Krill ist nach Feindler. In Richtung Amtspor, Starre. Dann lassen wir diese idiotischen Plane mit der Goxanti-Kreuzer und fliegen bis zum nächsten Planeten mit allen und überlegen uns, wie wir von da aus weitermachen. Dann kommen wir ja alle raus, ohne früher oder später durchs Imperium getötet zu werden. Und lassen da ja unser Schiff kapern. Darf ich anmerken, dass das nicht möglich ist? Wie uns eben auch viel fehlen einige hydraulische Teile, um die Rampe zu reparieren. Ich weiß nicht, Rampe zu. Die Teile waren doch schon zugesagt. Es war doch schon sicher, dass die Teile existieren. Ja, sie wurden bei dem Angriff index schon leider zerstört. Alle? Nicht alle, aber einige notwendige. Aha. Es sind also welche da. Das heißt, wir können die Rampe reparieren und einfach hier alle wegfliegen. Nein, können wir nicht. Aber ich bin sicher, dass... Wieso nicht? ...dass ein anderes Schiff genug Ersatzteile hätte, um die Rampe zu reparieren. Eike? Ja? Versucht sie uns zu verarschen? Ähm... Du kannst ja mal würfeln und Kratala auch. Und zwar würfelt Kratala aus Täuschung. Ist es wo? Skull Duggery, glaube ich. Äh... Deception. Echt? Skull Duggery ist Taschen die Sektion. Deception. Ja, die Sektion. Die Sektion. Also ihr würfelt... Oh ja, ich würd auch würfeln. Würd auch würfeln. Das heißt, ohne Liederne, sondern nur, ähm... die gelben, schräglich grünen. Worauf sollen, äh... wir würfeln? Also... Ihr würfelt auf, äh... Deceptin. Kann man Edge ausgeben? Äh, klar kann die Edge ausgeben. Oh, oh, oh. Okay, ähm... Wie möchtest du in diesem Fall, äh... Äh... Unrelenting Skeptik werden? Ähm... Lass mich das mal eben... nach... schauen. Da wir sie alle durchschaut haben, ist das ziemlich egal. Ähm... Warte, 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 warte. Ich hab noch nicht gewürfelt. Aber ich werde auch nicht würfeln. Das ist aber ein... sehr leber Wurzel. Okay. Ähm... Also, Fong ist, pass auf. Aeron, du bist dir absolut sicher, dass, äh... sie dich in dem Punkt anlügt. Und du kommst auch auf den Gedanken, dass sie das vermutlich, so wie es getan hat, und wie sie es ausdrückt, ähm, die Rampe zu reparieren, als Sicherheit betrachtet, um hier wirklich wegzukommen. Weil das der einzige Punkt ist, wo ihr auf sie angewiesen seid. Nehmen wir anderen das auch so wahr. Ähm, ihr anderen seid, glaubt ihr nicht so wirklich. Also alle, die mehr Erfolg haben, was quasi jeder ist, ähm, glauben ihr nicht so wirklich, aber der andere Punkt, der gilt nur, gilt nur für Aeron. Okay. Ähm, könnten wir theoretisch, OT-Frage, mit kaputter Rampe, äh, into the dark, also in Weltraum. Äh... Nein. Nicht, wenn ihr garantiert überleben wollt. Vor allem nicht, wenn ihr wisst, dass ihr etwa eine Woche durch wilden Raum fliegen werdet und nicht wisst, was passiert. Nie im Leben. Würdest du dich niemals trauen. Okay. Wenn wir Eliasas-Vorschlag folgen und die Rampe einfach zuschweißen. Ja. Ihr müsstet vermutlich eher die, ihr müsstet vermutlich eher die, ähm, also die Rampe zu schweißen geht nicht wirklich. Ihr müsstet eher die Fahr... weil ihr sie nicht momentan nicht richtig, 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 richtig schließen könnt. Dann bauen wir die ganze Scheiße aus, heben sie hoch, schweißen sie zu. Das würde funktionieren. Wenn ihr alles ausbaut, dann könnt ihr das Ding zuschweißen. Okay. Problem gelöst. Gut, also. Wir haben den Witzverstand, wir trauen ihr nicht so ganz, Aeron weiß, dass sie lügt. Go. Also wollt ihr tatsächlich die hydraulischen Teile, die uns fehlen, als einziges Druckmittel uns gegenüber benutzen? Ihr wollt uns tatsächlich damit im Prinzip drohen, dass wir die nötigen Teile nicht bekommen? Tut sie das? Selbstverständlich kriegt ihr die nötigen Teile, wenn wir über sie verfügen. Ihr haltet sie seit kurzem zurück. Verarschen kann ich mich allein. Ich lasse mich von dir nicht erpressen und ich lasse mein Leben nicht derart aufs Spiel setzen, nur weil du meinst, uns erpressen zu müssen. Wir fliegen ohne euch. Tenno, guck mich zu uns vorüber. Ganz ruhig. Habe ich das richtig verstanden? Wenn diese Rampe irgendwie zu ist, könnten alle auf dieses Schiff und wir können damit sicher wegfliegen. Bis zum nächsten Planeten würden wir es schaffen. Tatsächlich hat Mr. Da ihre Crew nicht bereit ist oder da sie nicht bereit sind, die entsprechenden Teile sofort auszuliefern, möchte ich tatsächlich Mr. Blanks Vorschlag aufgreifen und wir werden das ganz zuschweißen. Crouch Haller facepompt sich kurz und sieht Elias ein bisschen vor, was wohl an. Wir haben immer noch die Laderampe, um das Schiff zu B treten und wieder zu verlassen. Oder die anderen Türen von der Vehicle Bay. Meinte ich. Damit. Wir haben ja auch Laderampen, die nach unten runtergehen, im Lagerraum. Meinte ich. Ist auch egal, wir haben einfach noch andere Eingänge. Wir haben drei Eingänge. Ne, sechs sogar. Fünf, meine ich. Die Airlocks links und rechts auch noch. Aber ich werde weder mein Leben noch das Leben irgendeines meiner Crewmitglieder für eine Einheit und für einen Haufen Humanoide riskieren, die nicht einmal entfernt bereit sind, offenen Karten zu spielen. Das war eine offensichtliche Lüge und das werde ich nicht dulden. Ich werde mich nicht erpressen lassen. Außer diese Teile habt ihr uns nichts zu bieten und ihr seid eiskalt dabei bei uns auszunutzen und ihr seid eiskalt dabei, unsere Leben zu verheizen. Bezeichnen Sie mich nicht nochmal als Humanoid, bitte. Und ich gebe zu, dass so zu halten ist wohl weder der ehrlichste noch der fairste Weg euch gegenüber ja, es ist entschuldigen, es ist nicht richtig. Ähm ich habe weder vor, eure Lebens zu riskieren noch die unseren. Es ist nur so, dass sie liegt sehr nah an Tränen. Ähm ich habe Angst für meine Leute. Ihr kommt hierher, sagt, ihr seid Schatzsucher oder etwas in der Art und ihr erwartet von mir, dass ich euch helfe, ihr Schiff wieder so hinzukriegen, dass ich von diesem Planeten, dass ihr abbauen könntet, ohne dass ich Sicherheit habe, dass wir, wir sind hier seit 20 Jahren, wir müssen hier irgendwie überleben. Und wir versuchen euch zu helfen, aber ihr versucht uns, ja, wie kann ich mich denn darauf verlassen, dass wir alle lebendig von diesem Planeten kommen? Ja, die letzten paar Stunden hättet sich definitiv drauf verlassen können, nur, ja, die Lügen haben es nicht einfacher gemacht. Wir waren hier auch schon am Denken, ob ihr euch einfach zurücklassen, nachdem ihr schon 30, 40 Mal angelogen worden wegen diesem Scheiß. Ja, das habt ihr euch aber selbst zuzuschreiben. Wenn ich euch Halbwahrheiten sage, dann hat das damit zu tun, dass ich meinen Leuten helfen möchte, dass ich sicher sein möchte, dass wir hier wegkommen. Wenn wir Informationen brauchen, die uns helfen, euch zu helfen, beißt ihr euch nur selbst ins Bein. Und es hilft uns nicht weiter, euch zu vertrauen. nicht einmal entfernt. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, du, ihr seid jetzt offen zu uns und ehrlich und wir helfen euch, so wie weit wir können, soweit es geht und werden auch unser Leben, wenn nötig, dafür auf die Linie setzen oder ihr könnt uns weiter anlügen und irgendwelche Halbwahrheiten erzählen und dann sagen wir Adieu und ja, dann könnt ihr selber schauen, wo ihr bleibt. Gut, dann gebt mir eine andere Sicherheit anstatt der Ampo. Unser Wort sollte reichen. Definitiv. Wo ist unsere Sicherheit, wenn wir euch mitnehmen, dass ihr nicht einfach unser Schiff kapert? Wer ist in den Wäldern und kontrolliert diese Nexo? Anspor schaut verdutzt auf Ortrak, der sie die ganze Zeit über anstarrt. Die Leis steht mit angespannter Miene die Wand gelegt. Ich meine diese Frage relativ ernst. Wir wissen, wer diese Nexo kontrolliert. Habt ihr eventuell vielleicht sogar etwas, was uns interessieren könnte? Denn immerhin brauchen wir irgendetwas, womit wir unsere Freundin auslösen können. eins auslösen. Jep, das hab ich ja bereits erwähnt. Ich bin ja bereits auf die Idee gekommen, mit Aufwandkarten zu spielen. Also gut. Sie hält Iron eine Hand an. Ich verspreche ihnen, wenn sie uns Kontrolle über dieses Schiff verschatten, dass ich ihnen etwas gebe, was ihre Schulden ganz sicher begleicht. Kurzer Blick zu den anderen. Das sind wieder so Haltbarheiten und Outrak scheint davon nichts mitzubekommen. Sie guckt Iron auch die ganze Zeit in die Augen und wirkt relativ ehrlich. Gut. Er schlägt ein. Sie lächelt. Danke. Gut. Müssen wir jetzt die Rampe zuschweißen oder bekommen wir hydraulische Teile. Das fällt mir zugegebenermaßen schwer. Aber da sie mir in diesem Punkt vertrauen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als es ebenso zu halten. Gut. Vertrauen ist ja ein guter Anfang. dann ganz, ganz, ganz leicht in Richtung von Katala. Was? Registriert sie und legt da kurz Gut Stimmen. Bekommen sie die Teile. Gut. Sagen sie einfach Torga Bescheid, er kümmert sich dann drum. Gut. Noch etwas? Ich will nur Tor. Ich, ähm, sie erinnern sich sicher, ich versprach vorhin, sie auf der Mission zu bebleiben, das Schiff zu holen für uns. Ja. Das hat sich ergeben, dass das nicht möglich sein wird. Ich habe vorhin bei den Beerdigungsarbeiten festgestellt, dass einer meiner Mitarbeiter eine stärkere Verletzung hatte, als ich zunächst annahm. Und ich würde mich gerne darum kümmern, um Schlimmeres zu vermeiden. ich kann ihnen aber versichern, dass sie mit mir keine große Hilfe zu erwarten hätten. Das ist sogar legitim für mich, da ich tatsächlich nicht allzu sehr mit ihren kämpferischen Fähigkeiten geplant habe, sondern eher darauf gehofft habe, dass sie uns in Zweifel wieder zusammenflicken. Nun, das Angebot steht nach wie vor. Nun, dann ist das ja auch geklärt. Ich würde sagen, ich kümmere mich gemeinsam mit Vise Torga um die Rampe und sie besprechen die letzten Details unseres gemeinsamen Plans. Durchaus. Großartig. Dann steht sie auf und nickt kurz in die Runde und würde dann rausgehen. Ranspor wendet ihren Blick kurz von Ortrag ab und nickt ihr auch kurz zu. Als sie draußen ist, fragt sie Ortrag was? du siehst so anders aus. Was willst du mir sagen? Irgendwas stimmt bei dir nicht, habe ich das dumme gefühlen. Ich hab mit deine diese Dinge, ich hab mich die thermische ein paar mal angeguckt, aber du hast noch nie so gewirkt wie jetzt, so düster, so zornig. das ist komisch und verwirrt mich. Ich fange halt endlich dafür einzustehen, was meiner Meinung nach richtig ist und zu zeigen, wo die Grenzen sind und höre auf, mir dauernd diese Grenzen diktieren zu lassen. Vielleicht ist es genau das, was ich meine. Aber es sieht so aus, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich dich fast durch die Kapsel geschleudert habe. Eins vor blinzelt fahrt ein bisschen runter, als würde sie versuchen sich anzublicken, was natürlich funktioniert, aber es wirkt ein wenig so. Du musst dich erinnern. Ich hoffe doch, alles andere wäre unpraktisch. Ich weiß, dass ich gerade was Schreckliches gemacht habe und ich möchte einfach dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Nein, ich werde dafür sorgen, dass es nicht wieder passiert. Was hast du Schreckliches getan? Hans Boer nimmt die Arme auseinander in einer Geste von Was? Er versteht das immer noch Wie kannst du das nicht sehen? Es sind gerade vier TIE Fighter Piloten gestorben. Die haben uns zuerst angegriffen? Nein, wir haben sie angegriffen. Bullshit. Piloten sind mit dem Wissen aufgestanden, dass sie einen Job angenommen haben, bei dem sie drauf gehen könnten. Sie haben nur bekommen, dass sie irgendwann erwartet hat. Wir alle wissen, sobald wir in ein verficktes Raumschiff steigen, dass morgen unser letzter Tag sein kann, weil wir mit irgendeinem Asteroiden im Halberraum zusammenstoßen. Das ist keine Rechtfertigung, uns einfach zu töten. Sag mal, wie ignorant kann man eigentlich sein? Sie haben mal verloren ihren Job getan. Sehe kein Problem daran. Damit ist der Tod immer nicht okay. Wir reden hier schon von völlig xenophoben Stormtroopern. Das ist dir bewusst, oder? Und das sind Soldaten. Und was hängt unter der scheiß Uniform? Da sind auch nur irgendwelche Humanoiden. Wie du und ich. die drei von uns ohne irgendwelche Züge die haben uns nicht angegriffen. Es sind arrogante Bastarde, die alle verprügelt gehören, aber deswegen verdienen sie noch lange nicht den Tod. Ähm, außer Tenno und vielleicht Herrn Blank würden die uns wahrscheinlich einfach ganz stumpf alle aufknüpfen. Bis die meinen Namen in ihrer Datenbank suchen, da würden sie mich auch aufknüpfen. Weil andere Scheiben sind, ist es die Rechtfertigung jetzt auch einfach jeden umzuknallen. Die ist irgendwie schon bewusst, dass es auch um unser Überleben geht und über das Überleben der Leute, die da unten sind. Wir hatten viele Möglichkeiten und wir haben uns ich habe mich für die Möglichkeit entschieden, sie abzufangen und abzuschießen. passieren wird, wir raus fliegen werden. Wo ist dann dein Problem? Dass ich keine Menschen töte! Hast du auch nicht. Früher das würde passieren, wenn du uns irgendwann mal in die Scheiße reitest und deswegen die komplette Crew wegen dir drauf geht. Okay, in dem Moment, wo du das wieder in die Scheiße reitest, muss ich mal Disziplin würfeln. Gib mir Moment, Eike, Schwierigkeit. Hat er nicht, okay, Disziplin. Ich sag, vier. Oh, ich hätte es drei gesagt, aber okay. Entschuldigung, ich war gerade mit Schwierigkeit drei und ein schwarzer Würfel. Genau, wollte ich auch sagen, bedeutend. Okay, also, ich schreibe dir eben was ans Feuer. Achso, ich würde jetzt einfach direkt erst mal reagieren und die Reaktion ist direkt eine Ohrfeige an Elias Blank mit der Wucht, Anspor zu bieten hat und das ist Braun 1. Es knallt also lauter, als es wehtut. Elias fliegt, also Anspor steht auf und schlägt, gibt ihm die Ohrfeige und Elias fliegt gegen diese Wand und reißt damit Ottrak ein bisschen mit. Ich glaube, Ottrak kann das mit seinem Werten recht gut aushalten. Ja, aber die Wucht, die dahinter steckt, war nicht nur eine Ohrfeige. Ja, das wird Ottrak aber bereits erwartet haben. Er hat das ja gerade schon, genau das gerade schon angesprochen. In der Sekunde schaust Anspor total erschrocken verblüfft und rät weg. Ich hab es dir doch gesagt. Eike, du warst eigentlich aus meinem Sense geworden, Anspor. Ähm, ach, das, ähm, ja, ähm, das kann Anspor dem ja eben beschreiben. Das, also, in dem Moment vor, davor, ähm, was genau kriegst du für Beschreibung? Ähm, quasi Ausdienst 2. Ja, wie viele Gefühle kriegst du? Das Primäre. Ja. Also, Zorn. Das, das, als sie zuschlägt und davor, ist unglaublich viel Zorn. Und zwar ein Zorn, der etwas von dem hat, wo du Angst vor hast, dich da drin zu verlieren, wenn du deine Kräfte benutzt. und da dark. Und? Also, es hat was düsteres, verführerisches, dunkles. Ähm, und hast du, schaust du noch zu, als die Ohrfeige abgewickelt ist? Äh, wenn das geht? Ja, alles klar. Also, wenn er das tut, dann kriegst du, ähm, Erschrecken und Angst. Und dann rennt sie raus. Dann geht Aaron direkt hinterher. Elias. Toll, dass wir ganz verwundert, was zu lenke gerade passiert ist, warum er weggeflogen ist. Wow, Ansvor ist ja richtig kräftig. Otreuk schaut wahrscheinlich so mit so einem Halbblick von runter auf, äh, Elias. Ist okay, Toaster verstehen das nicht. Und wird dann auch rausgehen. Entschuldige, dass ich gerade lachen musste, aber, ähm, das Zitat von Tenno im Chat war gerade. Ja, genau das. Anspor, hat sie die Tür abgeschlossen? Sie hat die Tür auf jeden Fall zugemacht. Abgeschlossen ist sie nicht zugekommen. Ja, in dem Moment erstmal keine Reaktion auf deinen Anspor von durch die Tür. Okay, dann, äh, ein kurzes Comlink an, äh, Odrak. Odrak? Ja, ich stehe gleich hinter dir. Hast du, könntest du, äh, das neue Subjekt mitbringen? Äh, das wollte ich jetzt eigentlich beeilen. beeilen wir uns und wahrscheinlich wird er dann tatsächlich auch schon im Gang hinter dir auftauchen, weil er ja auch rausgegangen ist. Ah, okay. Und unser Schiff ist jetzt nicht so groß, dass man so lange bräuchte, um da hinterher zu kommen. Ja, Stunde. Läuft, haben wir hinter uns. Ja, dann kommst du an. Ähm, und werde wahrscheinlich, wenn ich ankomme, dich so ein bisschen fragend angucken. Äh, der Würfel hat Methoden gegen Angst und, äh, so. Äh, ja, ich weiß aber nicht, ob sie mit ihm reden kann. Ich, äh, warum sollte sie nicht? Ich tippe fast auf, dass sie es kann. Das letzte Mal hab ich ihn ihr gezeigt. Da hab ich das vorgeführt. Ähm, hast du versucht zu sehen, was in ihrem Kopf vorgeht? Ja. Wie gesagt, sie macht das gleiche, was, wie es mir in der Kapsel fast erging. Und du hast gerade gesehen, wie Arndt Power ich betone auch mal Arndt Power Ja. Mr. Blank durch die... Gut, warum sollte sie es nicht können? Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es bewusst kann. Oder ob wir sie vielleicht erstmal an der Ecke fesseln und knebeln und ihr Zeit zum Beruhigen geben sollten. Oder vielleicht würde ich auch gerne selbst mit ihm sprechen und fragen, was man so im Moment überhaupt Sinnvolles tun kann. Auch ein Plan. Du redest mit ihm, ich rede mit ihr. Okay, dann gehe ich wieder zu dem über, was ich sowieso vorhatte. Wir sehen uns später. Und Otra tigert Richtung Bibliothek, um sich da mit dem Holocon hinzusetzen und zu reden. Hinter sich abgeschlossen. Dann geht Aaron zu Anspor rein. Ja. Wollen wir das aufteilen? Ich denke, wir können das nacheinander abwickeln. Okay, dann machen wir es nacheinander. Fertig auf, schöner. Ja, es ist dunkel im Zimmer. Man erkennt vage die Schemen, wie wohl jemand hinter dem Bett sich irgendwie versteckt. Eher in einer sitzenden Position. Aaron geht einige Schritte relativ zielt auf Anspor zu, da er sie eigentlich ganz gut sehen kann. Ja, du hast Nachtsicht und so ein Zeug, ne? Ja, die Infrarotsicht. Ja. Ah, Infrarotsicht. Also, sie sitzt da in der Ecke gekauert, ist total am Zittern und die Arme umschlingen sich selbst, also den Körper und hier läuft kalter Schweiß von der Stirn und ja, sie sitzt da nur und zittert. ist da noch Platz vor ihr? Ja, vor ihr ist Platz, neben ihr nicht. Okay, dann hockt er sich quasi vor sie. Ich bin ein Monster. Bevor wir darüber reden, versuchen wir erst einmal eine Möglichkeit zu finden, dass wir vernünftig darüber reden können. Gib mir mal deine Hände. was ans Po im ersten Moment dazu verleitet, sich noch fester an sich selbst festzuhalten. Aaron greift relativ ähm ich will sie nicht zeitlich nennen, das ist das falsche Wort dafür, aber äh freundlich und äh geschickt nach ihren Händen und versucht sie sanft zu lösen das gelingt schließ mal deine Augen wie man nicht und dann Augen und hör mir einfach nur zu hör einfach nur auf meine Stimme ja sieht schon wie Anspos äh Augen sich mit Tränen füllen durch die transparenten Gläser ihrer Brille sieht man eigentlich die Augen dadurch ne ne ja ihr schon wieso nicht ihr schon okay da ähm dann kannst du die hier einmal beschreiben ähm da er Infrarotsicht hat und das Dunkel hat sieht man nicht so viel ich wollte auf dem Punkt den Eike gerade meint nämlich später hinaus auf jeden Fall äh spätestens wenn sie den Eindruck hat dass sie jetzt ihre Augen schließt merkst du wie sie noch stärker anfängt zu zittern und anfängt zu schluchzen und eigentlich ihre Hände wieder zurück an den Körper ziehen möchte hör einfach nur auf meine Stimme versuch dich langsam zu sortieren atme tief durch die Nase ein weit einatmen und langsam durch den Mund wieder ausatmen nimm den Sauerstoff wahr der durch deine Nasenhöhlen fließt deine Lungenflügel erweitert aufbläht sie sich deine Rippen bewegen und wie der Fluss der Luft langsam einen wohltuenden Rhythmus auf deinen Körper bringt Ja es dauert eine Weile und ein bisschen einiges zu reden bis Anspor langsam wieder runterkommt vor allen Dingen nachdem sie erstmal so ein bisschen von ihren Gefühlen einfach ausgelassen hat Also tatsächlich versucht er im Prinzip eine Meditationstechnik die ich jetzt für halbwegs schüssig halte ihr versuchen damit zu versuchen sie runterzubringen so wie er das halt auch immer jetzt in den letzten Male versucht hat und versucht das halt tatsächlich über Atmung über Rippenbewegungen und dann über neokortikale ja synaptische Beschwichtigung und versucht dann tatsächlich im Prinzip auch dabei dann halt auch die Umgebung einfließen zu lassen also nimm die Gerüche des Raumes wahr nimm versuche meinen Herzschlag zu spüren also versuche deinen Herzschlag klar wahrzunehmen versuche dann über meine Hände meinen Puls zu spüren versuche darüber meinen Herzschlag zu spüren versuche das Ganze halt in einen Einklang zu bringen so ein bisschen über Biofeedback das ist jetzt leider mehr OT-Wissen als IT-Wissen aber wie gesagt es wird ne Weile dauern wie ans Po erstmal braucht um irgendwie erstmal sich einmal ordentlich auszuheulen und danach fängt sie an mit dir zu meditieren und kommt sukzessive runter also gerade während der Zeit aussieht als Beschreibung und wenn es wirklich um meditieren geht wird er auch nichts andere sagen also er wird das Thema nicht anschneiden was da oben war er wird die Situation nicht anschneiden er wird sich einfach dafür Zeit nehmen ganz stumpf ok wahrscheinlich wird er sich auch selber ein bisschen in der Meditation verlieren müssen sodass er kein richtiges Zeitgefühl dafür kriegt wie weit es eigentlich ist die anderen dann bei Otrak und der Bibliothek ja Otrak wird den Holocon auf den Tisch legen und anschalten die Gestalt erscheint wieder weiser Mann ich habe da ein Problem es gibt für alle Probleme Lösungen das freut mich zu hören ich habe da eine Freundin die momentan das ähnlich durchmacht wie ich vor ein paar Tagen kurz bevor wir dich gefunden haben und kurz danach und die sehr sie wirkt sehr zornig und nicht mehr so positiv wie früher sondern viel dunklerer und düster und ich weiß nicht wirklich wie ich ihr dabei helfen kann am Anfang von Zorn steht meistens Angst Angst ist fast immer die Ursache man muss lernen seine Ängste zu verstehen um 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 zu vermeiden Ängste die genährt werden und nicht abgebaut werden stellen die größte Gefahr für unser eins dar sie hat Angst davor Humanoide zu töten wir nehmen das schon extra jetzt Rücksicht auf sie versuchen das so wenig wie möglich zu machen aber heute hat sie selbst angedroht dass wir lieber andere Menschen zum sterben zurück lassen als ihnen ein Risiko auf uns abzuwälzen ist das denn wirklich die Angst Angst Leben zu nehmen oder ist es eine andere Angst die sich nur so äußert zu verstehen wovor man eigentlich wirklich Angst hat ist der wichtigste Schritt um einen Weg zu finden mit ihnen zurecht zu kommen um sie zu akzeptieren und nicht mehr durch sie angeschränkt zu werden also sollte ich herausfinden wovor sie Angst hat und mir helfen sie sollte herausfinden wovor sie Angst hat und einen Weg finden damit umzugehen also muss ich ihr diese Angst zeigen nein oder ihr das bewusst machen oder wie ihr helfen einen Weg zu finden zu erkennen wovor sie Angst hat und ihr helfen ähm die Hintergründe zu verstehen etwas was auch dir helfen würde denke ich ok das klingt kompliziert der alleine ist es meistens schwierig mit eigenen Ängsten umzugehen ohne Unterstützung anderer ist meistens vieles schwer Einsamkeit und Isolation sind häufig mitverantwortlich für Ängste und Probleme mit ihnen umzugehen und was ist wenn sie meine Hilfe nicht will dann solltest du versuchen zu verstehen warum sie es nicht möchte Verständnis zu haben ist mein Verständnis zu entwickeln und das gegenüber kennenlernen ist essentiell um miteinander umgehen zu können oh also werde ich jetzt versuchen sie zu verstehen und vielleicht kann ich ihr dann helfen wenn nicht wäre das schade du solltest es nicht versuchen sondern es tun aber ich kann ja vorher noch nicht sicher sagen ob ich das schaffe darum geht es nicht wenn du es tust sollte es darum gehen es zu schaffen nicht herauszufinden ob du es schaffst okay ich bin mir noch nicht sicher ob ich das verstehe aber ich werde es machen nicht nur probieren er nickt danke für eure hilfe weiser man er nickt nochmal und dann wird otrak den holocron wieder ausmachen und wahrscheinlich Richtung ans post tür gehen und sich davor setzen dann währenddessen bei kratala tenno und elias blank nee tenno und elias sind noch die letzten die in der cool sind da gehen wir zuerst hin setzen wir da wo die weg gerannt sind ja und jetzt da ich jetzt erfährt erwischt hast genau das richtige gesagt diese aufwege zu bekommen ja es atmet das pfer ein und aus und schaut dann angewidert rüber zu tönne und scheinst der richtige ladies man zu sein definitiv vor allem bei kildurianern wieder lertig bah ich wusste ja nicht dass die kildurianern so eine stärke dahinter haben aber hey man lernt jeden tag was neues dazu ich hätte auch nicht damit gerechnet sonst hätte ich versucht irgendwas zu tun jetzt jetzt war ich zumindest in zukunft bescheid ok naja die werden sich wohl gerade schon drum kümmern wir haben nichts zu tun lust auf eine runde holo schach definitiv für viele meisterschaften holo schach gewonnen naja dann kannst du ihr bestimmt die regeln erklären nintendo nimmt seinen helm ab setzt sich neben ihm genau ähm nein so ein witz also kannst du keinen holo schach das holo schach hat einen menüpunkt der nennt sich tutorial das ist langweilig langweilig du kannst auch bestimmt sabac spielen oder klar ja dann spielen wir das hat doch hier bestimmt auch spiele spiele holo schach äh ne ne sabac ist kein holo spiel aber es gibt natürlich auch in der holo variante ähm nee sabac ist ja teilweise holo spiel weil sich die kartenwerte permanent ändern während man spielt ja aber das ist quasi eher auch ein sammelkartenspiel das heißt du hast karten und für gewöhnlich bekommt der gewinner auch karten aus deinem deck nicht sabac mit pasag verwechseln ne tu ich nicht glaube ich also sabac hat feste karten wo sich die werte ändern aber du sammelst keine karten aber man braucht schon echte karten quali dafür aber ich denke mir so ein computer hat doch bestimmt auch ein holo sabac spiel das man auch spielen kann wenn man keine karten tatsächlich hat einfach nur zur unterhaltung ok das kannst du auch bestimmt spielen Elias ich meine Herr Toaster ey du musst 23 zählen wenn ich von ok dann spielen wir das ja und warum warst du die ganze zeit so leise ich spiele in der karte das war es mit leise du hast ja vorhin also bis diese hübsche dame da reinkam ich spiele auch lieber die andere karte bis die gerade hier reinkam war warst du so mega leise und hast irgendwie nur in die wand geguckt wie ein Toaster ich weiß nicht von was du gehst du musst dich täuschen gerade lege oh interessant ist interessant naja also ich bin ja vielleicht nicht der aufmerksamste aber auch selbst ich habe noch gesehen oder selbst für mich ist es offensichtlich wenn jemand gegen eine Wand starrt mit dem Rücken zu uns hallo lust die nacht nicht sehr gut geschlafen das ist also war doch was nichts außergewöhnliches und warum hast du nicht gut geschlafen die duftfeuchtigkeit in meinem raum war eindeutig zu hoch knapp drei prozent hast du ein teurer bescheid gesagt na klar warum stört dich drei prozent luftfeuchtigkeit vor allem wie kannst du das unterscheiden äh es wirkt etwas überfordert ich habe ein ein ähm ähm thermostat mitgebracht genau aber ein thermostat zeigt temperaturen aber meins ist so toll dass auch luftfeuchtigkeit anzeigen aha ich spiel nein die karte ähm aha aha thermostat wird vielleicht kein erzeiger und warum machen die drei prozent so einen unterschied weil ich nicht daran gewöhnt war junge ich bin generell luftfeuchtigkeit nicht gewohnt tja bin eben nun mal so musst dich wohl mit abfinden denn ich will damit sagen für mich ist kein problem ich weiß nicht wie drei prozent für dich so mega trubel sind dass du nicht vernünftig schlafen kannst dabei wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen es ist eine ausrede als tue ich tue du das definitiv warum werde ich mich täuschen nicht alle menschen sind gleich Weil du besser damit klarkommst, was für dich heißen, dass es jeder tut. Ja, stimmt. Ich bin auch kein Toaster. Ich kann ja nicht wissen, wie das für elektronische Geräte ist. Ich weiß nicht, von was du gehst. Von Toastern! Toastern! Du bist doch bestimmt schlecht für die Metallteile, wenn Luftfeudigkeit ein bisschen höher ist. Also haben wir ja schon den ersten Beweis. Du bist tatsächlich ein Toaster. Definitiv nicht. Sehe ich aus wie ein Toaster. Ein Toaster auf zwei Beinen? Ja. Negativ. Du hast zumindest Emotionen von einem Toaster. Es nennt sich Professionalität. Solltest du es vielleicht auch mal versuchen. Professionali... was? Siehst du. Das Wort musst du mir jetzt aber erklären. Ich muss deinen Beruf etwas ernster nehmen. Ich bin arbeitslos. Du bist momentan hier auf dem Schiff angestellt, oder nicht? Ich krieg kein Gehalt. Oh. Du hast erklärt, warum du dir einer noch eingepennt bist, als du Wache halten solltest. Und ist was passiert? Nö. Hättet ihr können. Ich habe das taktisch abgeschätzt und habe die Entscheidung getroffen, dass man ein kurzer Snickerschen erhalten kann. Erzähl dir das bloß weiter. Erzähl dir das bloß weiter. Ich habe das bloß weiter. Definitiv. Es wirkte so kalt und mechanisch. Erzähl dir das bloß einfach durch den Kopf. Denk der Weitverkarte. Zähl dir mal, weiß ich doch, auf wie viel er eigentlich mittlerweile schon ist. Passe. Weil ich davon noch eine liegen müsste. Da liegt eine weitere Karte. Und wo du übelst, ist er damit über die 23 gekommen. Tja, sei ich doch nicht so mechanisch und berechnet. In dem Spiel geht es mir nicht um genug, dass ich anfangen würde, Karten zu zählen. Es geht ihr nicht um genug. Sie sollte, wenn wir in irgendeinem Einsatz gespielt hätten. Das Spiel ist nicht sehr relevant. Was wäre denn ein relevanter Einsatz für dich? Elias viertelt den Kopf. Ich habe nichts von Wert dabei. Wir haben in der Küche noch bestimmt noch... Ich glaube, ich habe da bestimmt schon einen Toaster gesehen. Vielleicht lässt du ja eine Freundin haben. Elias wird langsam etwas genervt. Habe ich etwas Falsches gesagt? Vor allem, warum zeigst du jetzt plötzlich Emotionen? Bisher war es doch so kalt wie ein... Toaster. Dein Mimik erzählt sich noch etwas weiter. Bist du dann... ...fertig? Ich lege noch eine Karte. Uh, jetzt muss ich aber überlegen. Weißt du jetzt, wo ich nachdenke? Stimmt, der Einsatz wäre für dich nicht richtig. Der Toast deiner Küche ist männlich. Es sei denn, du stehst auf sowas. Ich will ja nichts. Ah, du stehst drauf. Okay. Das... Das war mal... Oh, ich... 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 Jedem das seine. Also willst du nicht um den Toaster spielen? Du kannst ihn gerne haben, wenn du gewinnst. Wer da ist, start dich bösam. Sei froh, dass wir auf der gleichen Seite von diesem Blaster stehen, Junge. Und... ...bindet sich dann zugegen. Tenno legt noch eine letzte Karte. Und ist auch über der Zahl drüber. Ach, naja. Na, schaltet er den Tisch aus. Lehnt sich so ein bisschen zurück. Und guckt ein bisschen die Tür an. Er zaubert irgendwo aus seiner Tasche einen Zahnstocher hervor, den er zwischen seinen Zähnen packt und drauf rumkarrt. Und denkt ein bisschen nach. Währenddessen bei hier nochmal einfügen, Fragezeug. Nochmal bitte. Entschuldigung. Währenddessen bei Kratala, die ja die einzige aktuell noch sinnvolle Dinge tut, anstatt sich in endloser Meditation zu ergießen, von einem kleinen holographischen Kerl die Welt erklären zu lassen, oder sich in Schweigen gehüllt dann den Längen eines Schachspiels zu widmen. Also, Otrak wird aus seiner Meditation gerissen, während, wenn er Schritte auf dem Flur hört. Okay. Dann wird Otrak gucken, ob diese Schritte sich ihm nähern, und er mitbekommt, was sich da lang bewegt. Wird aber vor der Tür sitzen bleiben. Jetzt bekommst du auch mit, dass in Anspors Zimmer Stille zu herrschen scheint. Also du hast, jetzt wie du da bewusster wirst, scheint da drin auch kein Gespräch mehr zu sein. Und Eli steht vor dir. Mhm. Ja, dem wird kurz zugenickt. Und so viel Platz gemacht, dass der mir vorbeigehen kann, wenn er dies möchte. Ich werde nicht vorbeigehen. Ich nutze die Gelegenheit. Du nutzt die Gelegenheit? Ich muss mich vorbeizugehen. Okay. Mhm. Ah, Ehren und Anspor. Passiert bei euch noch was? Ähm, ja. Allerdings wird das wahrscheinlich wirklich eine ganze Weile dauern. Ich gehe davon aus, dass Anspors Ausgeheule ihre 20 Minuten braucht. Mhm. Und dann fängt es langsam mit der Meditation an. Dann braucht man mindestens die 40 Minuten, bis die wirklich in der Meditation sind. Ich weiß nicht, ob die da wirklich jemals richtig ankommen. Ob das sinnvoll ist, aus einem OT-Standpunkt mit dem herannahenden Guzanti-Kreuzer, muss ich sagen. Nein, das ist gerade voll der Kack-Zeitpunkt. Ja. Und lass uns doch bitte einfach Anspor eben erschießen, dann können wir weit... Verdammt, wir brauchen sie als Knotin. Da Aeron das ja durchaus jetzt schon ein paar Mal gemacht hat und das ja auch auf eine Variante tut, die er durchaus kennt, würde er das zumindest versuchen, zeitlich auch zu kontrollieren. Halbwegs. Mhm. Dann... Dann... die 30 Minuten... Also, wenn wir tatsächlich 20 Minuten brauchen, bis sie dann halbwegs runterkommt und dann halt nochmal eine 10-minütige... Also, aus realistischem Standpunkt wäre eine 10-minütige Meditation für einen Anfänger absoluter Traum. Ja. Das ist unglaublich lange schon. Ja. Von daher ist das total adäquat, eine halbe Stunde da Zeit zu investieren. Mhm. Dann ist diese halbe Stunde jetzt auch vorbei. Und du hörst halt in Anspaus Atmung, dass sie... gerade wieder anfängt, also quasi sie... Du hattest kurz für einige Momenten das Gefühl von der Atmung, dass sie sie dem nahe ist und dann hörst du, wie es wieder unruhiger wird. Ähm. Ich hatte vorhin zwei weiße... Kann ich damit hypothetisch das Sense einfach laufen lassen? Wegen meiner. Auch wenn... Ja, also... Hier auf diesem Planeten kurz... Ja, kannst du machen. Kein Problem. Also, sonst würde ich es nochmal probieren und gucken, ob wir ein sinnvolles Würfel... Und dann Würfel nochmal ab. Abgefahren! Nice! Dann würde ich eine positive Aura ausstrahlen dabei. Kein Problem. Ja. Und dann kann Anspor ja mal beschreiben. Ja. Wird gerne mehr als nur ein Gefühl. Dann mach. Okay. Ähm. Und zwar leicht Trauerschmerz. Ähm. Ja, das ist doch so, dass was an Gefühlen vorherrscht, aber das ist von der Amplitude beides eher im Hintergrund. Und ansonsten ist da einfach ziemlich viel Ruhe ist vielleicht zu viel und würde zu viel implizieren. Aber sie ist gerade an dem Punkt, wo sie gerade nicht mehr diese negativen Gedanken in ihrem Kopf hin und her wirft und quasi ja, das die ganze Zeit verarbeitet, auch emotional, sondern das gerade mehr oder weniger über Bord geworfen hat und diese Resttrauer irgendwie nur noch so quasi der Schatten von dem ist, was sie da gerade rausgerupft hat. Okay, das wurde uns ja erstmal gut. Ja. Ähm. Ja. Mir ist durchaus bewusst, dass Aaron diesen Teil, also den Codex natürlich nicht kennt, allerdings finde ich den Teil mit und es gibt keine Gefühle grundsätzlich total, auch für einen Schiss total logisch. Er kennt zwar die Macht nicht, aber halt die Organisation, Gefühle einfach quasi zu ordnen und quasi über der Rationalität und dem Geist zu unterstellen, wird er wahrscheinlich kennen. Ja. Und genau das versucht er quasi zu vermitteln, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut auf die Kette kriege. Gerade wenn er jetzt halt sowieso spürt, dass das alles am Abflauen ist, versucht er genau da halt darauf einzuwirken, dass also wirklich auch zu sagen, dass diese Gefühle nur ein Widerhall sind und dass sie sich nicht davon kontrollieren lassen sollen und genau diese Ruhe anzunehmen und das Gleichgewicht sich versuchen lassen von dem Gleichgewicht, was gerade anfängt in mir aufzukeimen, durchfluten zu lassen. Halt wie so ein Fluss. Das ist gerade so Fluss Metaphern oder sowas sind da total super. Fluss Genta, davon hat er euch schon ein, zwei Mal gesehen. Vielleicht sogar Gletscher. Fließende Gletscher. Fließende Gletscher, genau. Hat er da ja noch nie gesehen, war ja noch nicht auf Xilla. Ist aber egal, er würde tatsächlich den Fluss, der vor diesem Lager hier rumdümpelt, der halbwegs in der Nähe ist, würde er versuchen, also beschreibt er einfach, wie das Wasser halt fließt, weil das ist halt das letzte Bild, woran sie sich ja auch erinnern kann, dass halt diese Ruhe einen, ja halt so einen Fluss ausüben soll. dann halt irgendwann, wenn er halt naja, in einem realistischen Zeitraum der Meinung ist, dass es jetzt lang genug sein sollte oder genügen müsste, hoffentlich, also nach diesen zehn Minuten Meditation, fragt er dann halt so ganz langsam an, geht's langsam wieder, braucht ihr mich jetzt? Jetzt hab ich dich glaube ich nicht verstanden. Braucht ihr mich jetzt? Äh, ans Boschhaut, äh, irgendwann an. Bei was auch immer, wir werden dich die ganze Zeit brauchen. Wir brauchen dich sowieso ans Boschhaut. jetzt. Ansonsten würde ich mir noch etwas zeigen. Jetzt in diesem Moment brauchen wir dich nicht. Nimm dir noch die Zeit, die du brauchst und lass dich nicht von dieser Situation überwältigen. Wenn du irgendjemanden brauchst, sag Bescheid, dann komme ich zu dir. Auch Andrak kann dir helfen. Sowohl Andrak als auch ich können glaube ich sehr gut nachvollziehen, was gerade passiert ist. ganz vor Start und einfach nur an nicht wirklich zu erkennen, was sie gerade fühlt und denkt. Mhm. Dann, ähm, muss ich jetzt gerade überlegen. Das ist schon okay, dann wird er sich langsam erheben und, ähm, aber das Comlink noch, also ihr Comlink, worüber es gerade ist, quasi noch deutlich in ihre greifbare Nähe legen und, äh, dann ihren Anzug. Der hat einen Raumanzug, wo es direkt integriert ist. Achso, okay, dann ist egal. Äh, dann, äh, tippt er quasi nur auf, äh, den Anschaltknopf oder so, auf den Sender und sagt einfach nur, denk dran, wenn was ist, sag Bescheid. Dann steht er auf und, äh, verlässt den Raum. Du machst die Tür auf und vor dem Raum sitzt Atrak. Mit dem Rücken zur Tür offensichtlich auch in einem ziemlich meditativen Zustand. Dann schließt er die Tür. Atrak? Aha. Oh. Sie hat sich soweit beruhigt und wir haben ihre Gedanken und ihre Emotionen rudimentär sortieren können. Okay. Sie bat allerdings noch einen Moment, solange wir sie nicht brauchen, um, äh, einen Moment allein zu sein. Okay. Dementsprechend sollten wir uns jetzt tatsächlich darüber kümmern, was wir mit diesem Grusanti machen. Ich werde hier sitzen bleiben. wenn wir anfangen zu entern, sagt Bescheid. Andere Dinge im Raumkampf kann ich euch ja eh nicht helfen. Eron nickt. Eron nickt. In Ordnung. Wem was ist, weiß ich nicht, wo ich dich finde. Okay. halb. Dann, äh, geht er wieder in die Kroolage. Mhm. Wo Tenno alleine sitzt. Dann, äh, setzt sich, äh, also, bleibt Eron einfach in der, äh, in der Tür stehen. Ernstvoll ist beruhigt. Zumindest rudimentär. Ah, ist schön zu hören. Hast du meine SMS bekommen? Äh, du meinst, der, äh, dass unser Gast, äh, emotionstauglich ist? Anscheinend. Ja, was mich halt komisch finde, weil er vorhin, als wir mit ihm gesprochen haben, so komplett emotionslos war. Und er jetzt dennoch Emotionen gezeigt hat, nach ein bisschen schwerer Arbeit. Ich fand, tatsächlich, er wirkt ein bisschen, als wenn er sich generell an und ausschaltet. Hm, es scheint wirklich was an diesem Toasterzeug dran zu sein. Otter hat ja damit angefangen. Weiß er, vielleicht was, was wir nicht wissen? Oder hat er davon schon mal was erzählt? Was genau er ist, kann er, glaube ich, auch nicht sagen. Und ich kann das auch nicht wirklich. Ich weiß da, was Otter meint, aber das ist schwer zu sagen. Wie auch immer, Otter sitzt jetzt vor Anspros Zimmer und passt darauf auf, dass wieder halbwegs auf Spur zu bringen. jetzt die große Frage, was machen wir jetzt tatsächlich? beáh A, Aber da gerade niemand da ist, der wieder Einwürfe machen kann, siehst du irgendetwas, was dagegen spricht, erst den Plan mit dem Notsignal zu machen? Mehrere spricht dagegen, die würden hinkommen, kampfbereit, weil ein Notsignal kommt, also würden sie mit Gefahren rächen, die würden bewaffnet runterkommen, die würden darauf aus sein, dass Leute auf sie schießen werden, was die wahrscheinlich nicht erwarten werden, dass wir irgendwo im Wald auf die auflungern, vielleicht aber doch, man weiß es ja nicht, ich habe keine Ahnung von deren Taktiken. Was bei unserem Enter-Angriff auf jeden Fall besser ist, dass die darauf glauben, dass wir auf einen Raumkampf aus sind, dass die Crew nicht bewaffnet ist, dass wir die überraschen, wenn wir die entern und gezielt ausschalten können mit relativ wenig Gegenwehr. Aber, ich meine... Ich glaube nicht, dass die Crew nicht bewaffnet ist bei unserem Enter-Angriff, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so lange brauchen werden, um sich zu bewaffnen. Also, ich denke nicht, dass der Kampftrupp, der auf dem Schiff sich dafür bereit machen wird, auf einen größeren Kampf, dass sie zumindest keine Rüstung anhaben werden oder keine ihrer großen Gewehre, sondern ihre Hot-Out-Gewehre dabei haben werden. Und, ja, Offiziere haben auch mal so einen kleinen Blaster, aber immer noch besser, als einem voll kampfbereiten Kommandotrupp entgegenzustehen, der darauf wartet, dass sie angegriffen werden. Aber, wie gesagt, das ist ja nur mein Plan. Oder meine Idee. Mein... Wie sagt man? Mein Credit dazu. Eike, weiß ich was von imperialem Standardverhalten bei, keine Ahnung, solchen Suchrastern? Oder wie kampfbereit die sein müssen und so weiter und so fort? Wie viele mal Führungsqualitäten? Das ist das, was an Taktik am ehesten kommt. Gegen was? Schwierigkeit 2. Michael, du wirst grad trauschig. Ja, weil man rechne hier gerade irgendwie einen Schluck auf was. Ähm, mit einem Erfolg weißt du, dass imperiale, ähm, dass es, also du hast mal vor einiger Zeit, weil dir jemand davon erzählt hat, das war ein junger imperial Offizier, mit dem du mal einen Kaffee getrunken hast, ähm, hat dir von so ein paar Standard-Vorgehensweisen erzählt, wo du dich noch da drin hast. Und für gewöhnlich ist das so, dass Sturmtruppen, vor allem wenn sie irgendwie aktiv sind, im Sinne von, äh, die machen gerade aktiv irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel Suchen und so fort, eigentlich immer einsatzbereit sein zu haben. Und Sturmtruppen sind fast immer in irgendeiner Form gefechtsbereit, zumindest ein Teil. Das heißt, äh, imperiale Schiffe anzugreifen, äh, bedeutet immer, dass zumindest einen Teil der Besatzung in Alarmbereitschaft zu sein hat. Und Lande-Operationen werden eigentlich immer so geplant, dass mit dem Schlimmsten gerechnet wird und die sind halt, Sturmtruppen sind halt dazu ausgebildet, auch in Situationen reinzugehen, die selbstmörderisch sind und sich darauf vorzubereiten, auch notfalls dabei zu sterben. Okay. Laut, äh, Paragraf 112 im, äh, Gefechts, äh, Buch, äh, 4 des Imperialen... Jetzt legst du gerade. Okay, was war zuletzt? Des Imperial... weg. Also, des, äh, Imperialen, äh, Buchs für, äh, Sturmtruppen, äh, Kriegsführung, ist es so, dass, äh, sich die Sturmtruppen eigentlich bei Aktivitäten, auch gerade wie Suchaktivitäten, ähm, immer bereit zu behalten haben. Gut, aber es wären ja immer noch die Sturmtruppen und die wissen nicht, von wo aus wir sie entern oder dass wir sie überhaupt entern werden. Und, das heißt, die sind vielleicht kampfbereit, aber wissen nicht genau, wo sie erst hinsollten. Ähm, ich möchte eben so eine Sache sagen. Der Ruf, den Sturmtruppen haben, im, dem South-Universum, ist nicht ein, das sind irgendwelche Soldaten. Das sind Sturmtruppen, vor denen halt Angst. Also, das sind nicht quasi, die treffen nichts und die verheizt man, sondern das sind Sturmtruppen. Ähm, ja, es sind keine Eimerköpfe eigentlich, es sind, äh, die Besten der Besten von Akademien, die Dinge getan haben. Die werden quasi von Kindes auf an ausgebildet. Das sind im Grunde Elite-Soldaten. Und Tenno glaubt auch, dass er ein Elite-Soldat ist. Okay. Ich wollte es nur, äh, also, dieses Bewusstsein, wie Sturmtruppen wahrgenommen werden, noch einmal in den Raum werfen. Macht Sinn, macht Sinn. Also, generell finde ich, ist es immer noch ein Überraschungsangriff auf die, den sie nicht erwarten, besser als ein Überraschungsangriff, den sie erwarten. Hä? Achso, ja, das... Was? Das klang gerade wie Schüsse draußen. Langwortbar. Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Das war, Entschuldigung, das war OT. Okay. Ähm. Ich würde gerne mal versuchen, Tenno einzuschätzen. Ob er, ähm, nur ein bisschen, also, ob er das ernst meint, oder ob er gekränkt ist, weil sein, sein Plan, äh, äh, quasi nicht bevorzugt genutzt wird. Äh, er meint es todernst, er ist nicht unbedingt gekränkt, aber er fühlt sich halt genervt, dass der mit der meisten Kampferfahrung immer komplett ignoriert wird, was Kampfsituationen angeht. Oder gefährliche Situationen, mit denen er sich auskennt, wie schon öfters bewiesen wurde, wenn er darauf hingewiesen hat. Da ist das und das, oder das wird passieren, garantiert. Und dann passiert es, weil keiner auf ihn gehört hat. Macht das Sinn? Ja, alles gut. Das ist, äh, jetzt für mich auch nicht ganz unentscheidend. Du hast die meiste Erfahrung in solchen Situationen. Wenn du der Meinung bist, dass, äh, das Enter-Kommando sinnvoller ist und weniger Komplikationen und mehr Sicherheit, äh, für uns bietet, dann, äh, vertraue ich dir im Urteil, wir machen das so. Das habe ich nicht gesagt, aber es hat auf jeden Fall eine höhere Erfolgschance. Es gibt natürlich auch Risikofaktoren bei dem Plan, dass wir auf die, dass wir, wenn wir die Kapsel anlocken, ist unser Schiff nicht in Gefahr. Wenn wir die Enteren, ist unser Schiff in Gefahr. Und es besteht halt, ja, in beiden Situationen Gefahren. Aber die Erfolgsgenen sind beim Enteren ein bisschen höher, als wenn wir sie überraschen, wenn sie es erwarten, überrascht zu werden. Ich wäre definitiv für die paar Prozent mehr, wobei die vielleicht im großen Bild nicht unbedingt groß entscheidend sind. Aber wenn wir schon gegen größere Gefahren mit einer kleinen Anzahl an Menschen gegenüberstehen, wäre ich definitiv für ein paar Prozent mehr, die uns helfen, vielleicht. Gut. Wie genau gedenkst du tatsächlich, das Enter-Manöver durchzuziehen? Das ist eigentlich so nach wie vor meine Hauptsorge beim Enteren. Also wir wissen nicht genau, wo die Luke ist, oder selbst wenn wir es wissen, wie... Ich meine, das Schiff fliegt. Das Schiff fliegt schnell, wir können es da nicht einfach dran halten. Außer in diesem Fall sind auch die physikalischen Gesetze auf der Metaebene ausgeschaltet für cineastische, coole Moves. Ähm, wird sie häufig. Okay, dann vergiss ich den Einwand. Aber tatsächlich ist der Einwand durchaus angebracht. Ein Enter-Manöver in einer Atmosphäre ist nicht unbedingt das Einfachste. Das ist sogar ziemlich problematisch und schwierig. Weil ein Schiff, was innerhalb einer Atmosphäre beschossen wird, wenn ihr da versehentlich Antriebsteile mit beschießt oder beschädigt, die dafür notwendig sind, dass das Schiff in der Luft bleibt, dann stürzt das ab. Das heißt, wenn ihr versucht, das zu entern, ist es innerhalb von der Atmosphäre saudumm, das zu versuchen. Für das Schiff sollte Heide bleiben. Was ja auf der Plane ist. Okay, dann... Okay, dann fasse ich das kurz genau so zusammen und werfe das in den Raum. Wegen physikalischen Dingen. Ich schmeiße mal in den Raum. Wenn die Luke repariert ist, könntet ihr auch versuchen, die ins All zu locken in einer Situation, die ihr kontrollieren könnt. Und ihr seid schnell genug, dass ihr eine Distanz halten könnt, in der sie euch nicht beschießen können. Das möchte jetzt noch in den Raum werfen. Also aus kompletter IT-Konsequenz und IT-Logik würde Aaron definitiv Tenno's Plan unterstützen, also Tenno vertrauen, weil er hat die meiste Erfahrung dahingehend. Und abgesehen davon hat er praktisch nicht Unrecht, dass die letzten Pläne, die halt von anderen kamen, nicht so optimal gelaufen sind. Und auch wenn Aaron eine rudimentär-militärische Ausbildung, oder sagen wir mal, organisatorische Ausbildung genossen hat, hat er nicht so viel Ahnung von Raumkampf. Oder von Enter-Manövern. Koreanischer Burnout? Wessen Idee war das? Das wiederum ist richtig, das war auch von Tenno. Ja, die Idee war gut, die Ausführung war scheiße. Weil er nicht Pilot ist und die Pilotin sich geweigert hat. OT, guck. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. An der Moral kann es definitiv nicht liegen. Eike, kann ich prozentual in meinem Schisskopf ausrechnen, welcher Plan der Dümmere ist? Der Enter-Plan ist OT-mäßig der dümmste Plan. Ja, ist er. Der OT ist das Sau-Dumm. Das ist mir bewusst. Was auch immer du entscheidest, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dich dabei zu unterstützen und alle am Leben zu halten. Das ist deine Entscheidung am Ende. Tja. So abwe... So... Merkwürdig es klingen mag. Aber wenn das schief geht, dann muss ich mich von mir selbst rechtfertigen. Und von euch. Und nicht jemand anders von mir. Ich denke tatsächlich, wir sollten erst mit dem... Erst mit dem Lockversuch... An der... Kapsel starten. Aye, aye, Captain. Er wirkt ein wenig enttäuscht. Es ist jetzt bisher eine Stunde vergangen. Seit... Ja. Und... Bisher hast du halt nichts im Schiff gehört. Ähm... Jetzt hörst du... Das Klimpern von Metall unter euch. Offensichtlich wird jetzt erst gerade mit den Arbeiten an einem Schiff bekommen. Dreck. Was ich vielleicht noch anwerfen könnte, wäre... Da wir jetzt anscheinend erst anfangen mit den Reparaturen... Dass wenn... Das mit dem Unlocken... Wenn das Enter-Kommando rausgeht... Und das nicht mehr auf dem Schiff ist... Dass wir dann das Schiff ändern... Und im Schiff wenig Resistenz haben. Ich gebe... Vollkommen zu, dass ich diese Idee auch schon hatte. Einfach beides miteinander zu minieren. Sagen wir so... Ich möchte einem Kommandotrupp nicht unbedingt vorbereitet gegenüberstehen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie ausschalten könnte. Wäre es definitiv einfacher, wenn sie nicht vorbereitet sind. Oder... Gar nicht da sind. Gar nicht da ist tatsächlich die beste Variante. Wir machen das... Wir versuchen das dann so. Wir werden erstmal dieses Notsignal starten. Die dann dorthin locken. Und müssen dann sehen, wo der Guzanti die überhaupt absetzt. Und wie... Und wenn er auf dem Boden bleibt, dann wird das sowieso nichts mit... Entern, weil der Truppel da zurückrennen kann. Naja, wir können rein und die... Mechanik außer Gefecht setzen, dass die Luka geöffnet werden kann. Wäre auch ne Idee. Gut, ich funge mal gerade Torga an, wie weit wir jetzt tatsächlich sind. Torga? Ja? Wie sieht's aus? Du hörst im Hintergrund die Geräusche von Schraubenziehern und sonstigen, also elektronischen. Und ein paar Funken, die da offensichtlich fliegen. Ich fühle mich ein bisschen nutzlos. Wieso? Weil die das besser kann als ich. Du bist alles andere als nutzlos, Torga. Du hörst über den Kommling gerade, wie offensichtlich ein Werkzeug beiseite gelegt ist. Und... ...Kratala... ...deutlich macht, dass sie fertig ist. Das ist irritierend. In Ordnung. Sehr gute Arbeit. Das hört Kratala übrigens über das Kommling auch. Äh, danke. Könnt ihr ihr gut ausprobieren, ob's geht? Äh, ich geh gerade zum Cockpit und... ...drück den Knopf. Dann siehst du über den Bildschirm, wie die Rampe komplett sauber abschließt und dann ein Druckausgleich, wie er standardmäßig passiert, durchgeführt wird. Und alles grün leuchtet. Ein Traum. Sogar die Anzeigen hier funktionieren jetzt, wie die waren doch vorher gar nicht. Ah, wow. Keine Ursache. Danke. Habt ihr euch fertig besprochen? Äh, ich komme eben hoch. Ja, äh, kommen Sie hoch. Währenddessen werde ich das Intercom benutzen. Ich bitte alle Crewmitglieder noch einmal in die Crewlounge zur Abschlussbesprechung. Otrak wird da sitzen bleiben, wo er ist, bis sich irgendwann hinter ihm die Tür öffnet. Ähm. Ähm, da Anspur nicht meditiert, sondern nur Ruhe sucht, ähm, wird sie sich noch einen Moment Zeit nehmen und dann in die Crewlounge kommen. Das heißt, es wird noch, ja, drei Minuten dauern oder so. Also, ein Wimpernschlag quasi. Sobald die Durchsage kommt, läuft, der ist sofort los. Nach dem Crewlounge. Jetzt macht er Kopfstände. Aaron wartet noch auf, äh, Anspur und, äh, Otrak, weil das irgendwie relativ wenig Sinn macht, ohne die Beine zu schaden. Ja. Wie gesagt, kurz darauf verlässt Anspur den Raum und wird feststellen, dass Otrak mit dem Rücken an ihrer Tür sitzt, quasi. Ähm, hi. Oh, ähm, hi. Otrak wird dann auch aufstehen, also sich ein bisschen schwerfällig aufrichten und sie freundlich anlächeln. Mit halt dem typischen WQI-Gesichtsausdruck. Pure Freundlichkeit und so. Pure Freundlichkeit, ja, Liebe quasi. Was machst du hier? Ich wollte nur sicher gehen, dass du weißt, dass du hier nicht alleine bist. Eins, fahrt mit Steve durch. Danke. Bitte. Ich glaube, wir sollten zur Crewlounge. Ich... Ich... Und Otrak macht so diese Höflichkeits-Vorbeilass-Geste. Ja, dann, äh... geht Anspur... los zur Crewlounge. Otrak tigert halt hinterher. Hier kommt an. Gut. Der Plan sieht aktuell wie folgt aus. Wir würden eine Kombination der bisherigen Ideen in Erwägung ziehen. Wir modifizieren die Rettungskapsel mit einem Notsignal. und warten, bis der Guzanti einen Bodentrupp schickt. Absetzt und schickt. Wir werden dann versuchen, wo der... Oder werden währenddessen schon versuchen zu lokalisieren, wo der Guzanti seine Leute tatsächlich absetzt. Und werden in der Zwischenzeit, sobald der Außentrupp weg ist, direkt den Enter-Versuch starten. So sind wir bereits einige Crewmitglieder von außen los. Das Enter-Team-In versucht, wird direkt die Laderampe, beziehungsweise die Zugangsrampe für die Infanterie außer Gefecht setzen, so dass der Außentrupp nicht wieder zurück und rein kann. Und wir werden dann intern das Schiff entern oder versuchen zu entern. Das ist die aktuell wahrscheinlich die Methode, die am wahrscheinlichsten ist, dass wir keinerlei Schäden am Schiff und an Personen hinterlassen. Ihr solltet versuchen, euch ihrer Rüstung zu bemächtigen, um eventuell noch unverfällig vorgehen zu können, je nach Situation, aber ansonsten liegt das relativ vernünftig. Wir sind schon drin und werden die entern, während deren Kommandotrupp draußen ist und wir nicht erwarten, dass noch von denen, welchen drin sind. Und die, die noch drin sind, werden so gut wie kaum Resistenz bieten können, weil das alles nur Offiziere sind. Ja, sie werden einen gewissen Teil an Sturmtruppen entrinnen lassen. Aber definitiv nicht genug, um tatsächlich Probleme für uns bereiten zu können. Auf alle Fälle sind so die Chancen, denke ich, am höchsten. Tenor nickt eifrig. Okay. Gibt es weitere Vorschläge oder Einwände? Wie genau wird das Entern ablaufen? Das Problem ist, dass wir genau diesen Punkt nicht optimal planen können, da wir nicht genau wissen, wo der Guzanti und wie der Guzanti seine Leute absetzt. Gut, ich habe gleich überlegt, wie es abläuft. Wollen wir sie versuchen, irgendwie in den Weltraum zu locken, dann den Entnerversuch starten. Das wäre eine tatsächlich sehr sinnvolle Variante. Dann würden wir auch absolut den Trupp, der am Boden ist, los sein. Aber wir hätten immer noch deren Geschütze, die auf uns schießen, wobei wir wieder, ja, beim Problemen vom... Also, im Optimalfall können wir den Entnerversuch am Boden starten, wenn sie landen. Oder zumindest wenn... Das wäre am sinnvollsten. Ja. Können die ihre Waffen und Torpedos so bodennah benutzen? Ja, aber deswegen würden wir uns hier ranschleichen. Optimal. Also, wenn sie tatsächlich landen, oder zumindest bodennah hovern, dann können wir auch rein. Also, dann können wir auch unten die Passpanne rein. Müssen wir nicht andocken, oder so ein Kram. Können wir im Gebiet den nächst sinnvollen Ort ausmachen, wo man landen oder hovern könnte? Also, was das Sinnvollste ist? Tatsächlich über der Rettungskapsel. Weil du da in jede Richtung 15 Meter gerodeten Dschungel hast. Und da halt eine Fläche hast von 30 Metern Durchmesser, wo man gut drüber hafern kann, um Truppen über Luken abzuseilen. Oder wieder hochzuziehen. Das ist gar nicht mal so praktisch. Mir ist eine erstaunlich gute Idee gekommen. Ich höre. Wenn die nur hovern und Leute abseilen, ist das mit dem Reinschleichen reichlich schwierig. Profi. Das sind immer noch zu viele Events und Abas. Mit der Rettungskapsel würden wir auf alle Fälle erstmal von hier abnehmen. Und wir könnten versuchen, noch neben der Rettungskapsel mit einer... Können wir eine Sprengladung simulieren, oder so? An Katala gerichtet. Habt ihr irgendetwas in der Art? Ich könnte ja eine normale Sprengladung verwenden. Also... Ja, also können wir eine kleine Sprengladung, also nicht mal irgendetwas Großes, um sie quasi weiter abzulenken. Oder habt ihr Betäubungsgranaten? Nichts dergleichen. Kannst du Betäubungsgranaten bauen? Mal eben so? Nein. Noch haben wir Zeit. Wenn sie über der Kapsel hovern und die Leute absetzen, dann... Und wenn die erstmal am Boden sind, dann müssen wir von dort aus versuchen, reinzukommen, ehe sie die Luken wieder schließen. Und das müssen wir tun, ohne dass die Bodentruppen uns bemerken. Dann müssen wir vielleicht losfliegen, weil wir haben nur ganz viel Zeit, um überhaupt den Plan anzugehen. Guter Vorschlag. Ich werde die Rettungskapsel für euch freigeben. Und soll ich schon beginnen, das Notsegnal zu senden, oder soll ich das erst machen, wenn ihr etwas näher seid? Erst wenn wir da sind, denke ich. Also näher auf alle Fälle. Gut, dann seid so frei und informiert mich. Tun wir. Dann würde ich vorschlagen, ich ziehe mich zurück und wünsche euch gutes Gelingen. Danke. Bitte und tief gehen. Hals und Bein. Hoffentlich nicht. Ja, Krall da wird dann gehen, ne? Mhm. Ja. Ich bin gerade um Willen, ob ich sie zur Tür bringe. Aber alles gut, sie soll einfach gehen. Ich war ja oft genug am Ausgang, die weiß, wo es rausgeht. Ja. Die hat den Ausgang gerade repariert, also komm. Gut. Tja, hat... Elias, du hast nicht zufällig Stun-Granaten versteckt. Wer ist weg? Ich habe auch keine Granaten. Ach, hier hat die Verbindung getrennt. Der hat genug von uns. Ja. Ich dachte schon, wir haben sie vergrault. Ich habe persönlich meinen T-Stick gekillt. Ich hatte kurz ein schlechtes Gewissen. Ist okay, Fab, beim nächsten Mal schaffst du das ganz. Okay. Wenn wir halt irgendetwas hätten, die momentan oder zeitig kurz auszuschalten oder halt abzulenken, zu stunnen, irgend sowas, würde ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich auf die warten mit unserem Enter-Trupp, der bei der Kapsel wartet, irgendwo versteckt, wartet, bis die runterkommen, die ablenkt, Stunt außer Gefecht setzt für eine kurze Zeit und dass wir dann schnell irgendwie nach oben kommen, die Türen uns zumachen und dadurch unser Enter-Manöver starten. Ja. Wir müssen dabei sehr, sehr schnell sein. Mhm. Aber das ist die sinnvollste Variante bisher. Keiner irgendwelche geheimen Stunt-Granaten versteckt, mitgenommen, in seinem Koffer. Nein, ich habe die letzten leider aufgebraucht und in meinen abendlichen Tee getan, damit ich besser schlafen kann. Torga hebt seine Hand. Also, ich könnte durchaus, wenn ich ein bisschen was von dem Treibstoff nehme, Pompen bauen, aber das dauert ein bisschen, dafür brauche ich locker eine Stunde. Hm, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Drei Stunden? Zwei? Das ist doch auch während des Fluges möglich. Wenn ihr schon sowas Dödes machen wollt. Wir wollen die ja nicht umbringen, Anspar. Beruhig dich mal. Noch nicht. Wir wollen die ablenken, kurz außer Gefecht setzen, nicht töten. Das ist tatsächlich nicht. den Bomben, was würdest du denn bauen? Naja, ich würde ein hochexklusives Gasgemisch mit einem Zünder versehen. Wenn wir das tief im Boden vergraben und dadurch quasi Erde und Staub durch die Gegend schmeißen, könnte das genug Deckung geben. Ja, Deckung und vor allen Dingen würden sie dann von einem vom Boden reißen und lang genug dafür ablenken, dass wir sie dann tatsächlich stunnen können. Wir müssen dann halt nur mit unserem Enter-Trupp dort versteckt sein. Der Rest müsste irgendwo anders... Weiß ich nicht. Wer will überhaupt alles mit zum Enteren? Willa ist hebt. Ja. Sehr entschlossen. Zum Enteren? Äh, Aeron? Und ich hoffe, Odrak? Ich sehe nur ein entscheidendes Problem an diesem Plan. Plan geht davon aus, dass alle Anwesenden klettern können. Und äh, letzte Erfahrungen haben da so ziemlich das Gegenteil erwiesen. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit dem Seilzug mindestens eine Person mitnehmen, maximal eine Person mitnehmen kann, wenn wir uns zusammenhalten. Die Frage ist halt, was die anderen zwei machen würden. Und ohne dir da entgegenzufallen, Aeron, aber ich weiß nicht, du bist ja nicht der unbedingt kampvisierteste, ob das Sinn macht, dass du mitkommst. Sorry. Ich bin durchaus in der Lage, einen Blaster zu bedienen. Okay, dann brauchen wir noch Methode, zwei weitere Leute da hochzuschaffen. Also, ähm, ich denke tatsächlich, dass, äh, Elias und Otrak durchaus in der Lage sind, da hochzukommen. Ähm, und das, äh, wenn du mir ein bisschen Hilfe gibst, äh, das hier, ich bin vielleicht nicht der athletischste, aber, äh, mit ein bisschen Unterstützung sollte, äh, deinerseits sollte das klappen, vor allen Dingen mit deinen Enter-Haken. Meint ihr, ihr schafft das, auf so'n Schiff hochzuspringen? Wenn die Seile runterlassen, kann man diese Seile hochklettern. Oder wir nehmen die. Die Frage ist, ob die mit Seilen runterkommen, oder ob die runterspringen. Einfach äußerst Notfall. Wenn die so weit unten sind, dass sie springen, runterspringen können, können wir auch hochspringen und uns daran festhalten. Wenn die so hoch sind, dass wir nicht da dran springen können, sollten die auch nicht runterspringen, oder sich Ersatzbeine schon mal vorher einpacken. Was weiß ich, wie deren Rüstung funktioniert. Vielleicht können die hochspringen. Vielleicht auch von einer nahen Baumkrone aus das Schiff drauf rüpfen. Dann können sie dort nicht hoffern. Im Zweifelsfall kannst du mit deinem Enter-Arm hoch und dann ein Seil für uns runterlassen. Um das ein bisschen auszuklären, die Bäume sind etwa 20, 25 Meter hoch. Das heißt, der Guzzanti könnte nur in der Höhe havern. Was im Umkehrschluss bedeutet, die müssen sich zumindest abseilen, weil niedriger kommen sie nicht. Okay, das ist jetzt echt krass. in der Zeit wie wir da hochklettern, ich finde gut, das heißt, dass wir da einfach hochkommen. Also, selbst Aeron. Aber in der Zeit können die doch eventuell einfach die Schleusen schließen und sagen, hm, beklärt mich mal. Das ist richtig. Wenn die halt sehen, wer da hochkommt und dass das nicht Sturmtruppen sind, dann können sie einfach die Seile kappen. Das heißt, bin ich, dann könnte ich ja hochgehen und vorher mit dem manuellen Kontrollpaneel das ausschalten, was die versuchen, uns dran zu hindern. Und wie willst du da hochkommen rechtzeitig? Mit dem Seilzug. Ich bin immer noch dafür, dass ich da rein schleiche. Mit dem eingebauten Seilzug hochgehen. Auf alle Fälle sollten wir schon mal, äh, sollten wir losfliegen. Ja. Und egal, die haben es besser als brauchen, Torga sollte schon mal die exklusive Ablenkung zusammenbauen. Torga macht sich auf den Weg, bleib mir nur kurz stehen. Ich sollte doch diese Antenne untersuchen, nicht wahr? Ja. was? Was ist denn eine Antenne? Ja, solltest du. Ähm, ich hab das Signal übrigens auffangen können, was das sendet und empfängt, meine ich. Erzähl mehr. Ähm, ich hätte das fast vergessen. Nördlich von hier, Moment, nördlich von hier, etwa 40 Kilometer gibt es offensichtlich eine sehr starke Sendeanlage, die, äh, von der aus Sachen gesendet werden. Was wird von da aus gesendet? Da sitzt also der Typ, der die Nexus vergewaltigt. Ich seh nix. Was wird von da aus gesendet? Verschlüsselte Daten, ich konnte damit nichts anfangen. Wie weit ist die Boje? Also, warum sag ich immer Boje? Ist die Rettungskapsel von hier weg? Äh, 50 Kilometer? Aber in der anderen Richtung. Also, er macht einmal den Tisch und macht sein Hologramm auf und deutet also, er setzt ein Hologramm quasi von der Karte, die er hat und deutet dahin. Von da kommt das Signal. Also, um das kurz zusammenzufassen, das heißt, wir könnten dahin hypothetisch zusehen, dass wir diese Signale unter Kontrolle kriegen, ein Notsignal dahin hin beordern und die Imperialen in einen Haufen wütender Nexo laufen lassen? Ein Haufen wütender Nexo und die Typen, die die Nexo kontrollieren und Kratallas letzte Patrouille momentan gefangen halten. Mit der Androhung, sie umzubringen, wenn nicht irgendwelche Daten gelöscht werden. Ah, okay, ich verstehe den Haken, abgesehen davon, dass die Imperialen auch ziemlich hinüber wären. Wir bleiben bei dem vorhandenen Plan. Wir sollten vielleicht später noch einmal dort vorbeischauen und diese armen Nexo von ihrem Leiden befreien. Vielleicht kann man sie ja wieder freilassen oder Dinge ein Stück weit abbauen. Auf jeden Fall verhindern, dass diese bewerten Freaks sie als Spielzeug benutzen. Wir versuchen alles zu tun, was jedem Crewet wichtig ist. Sehr gut, dann freue ich mich schon darauf, dass wir dorthin fliegen werden. Wann fangen wir an? Jetzt machen, entern wir erstmal diesen, hoffen wir, dass wir erst in die blöden Gutanke entern. Das meine ich ja. Wann fangen wir damit an? Jetzt. Gut, ich gehe an die Luke. Nein, ich meinte damit wir Oh, Trak. Aber da ist doch mein normaler Einsatzpunkt. Ja, wir müssen jetzt erstmal dahin und die Kapsel halt auf Notsignal und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir in diesen verdammten Guzanti reinkommen. Ja, auch dafür gehe ich immer noch zur Luke. Oder sind auf einmal Wunder geschehen und ich kann etwas anderes Sinnvolles tun, was uns hier direkt weiterhilft. ist in Ordnung, geht zur Luke. Ortrak steht auf, Ortik hat los, zur Ausgangsluke. Gut. Wie rum gehst du? Links rum oder rechts rum? Ähm, ähm, rechts rum, also an der Bibliothek vorbei, wahrscheinlich aus Gewohnheit. Ich hätte euch gar nicht rübergezogen, um dir auf der Karte zu zeigen, wo das eigentlich ist. Nope. Das habe ich vergessen. Das Signal kommt von hier. Oh, deswegen ist da was auf der Karte, das macht Sinn. Ähm, gut. Okay. Meine Planfähigkeit ist Ote auch langsam hart hinüber, deswegen, äh, bin ich arg dafür, dass ich einfach versuche, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Mhm. Okay. Ähm, gut, dann kommt jetzt der Lücke an. Okay. Ja, dann macht sich die Pathfinder auf den Weg. Wie möchte Anstport denn fliegen? Möchte sie versuchen, quasi so lange die Deckung der Schlucht auszunutzen? Auf jeden Fall. Auch darüber hinaus. Dann würfel nochmal bitte einmal Pilot Weltraum gegen Schwierigkeit 3. Ich würde sagen, das reicht. A DINGA! Das war's gut. Fliegen kann sie. In einem anderen Katastrophe, aber fliegen kann sie. Gut, du fliegst eine Weile über den See und alle, die noch im Cockpit sind, sehen halt auch, dass dieser Planet, auch wenn er sehr viel sehr bedrohlich ist und einem das Leben nicht leicht macht, durchaus schöne Seiten hat. Also, so niedrig durch den Canyon zu fliegen, ist halt wirklich ein Blickfang. Das ist toll. Unsere letzten schönen Momente. was? Was? Und als Hans Forden diesen Punkt erreicht, fliegt sie ein bisschen höher und fliegt sehr niedrig über den Dschungel hinweg. Ihr braucht etwa eine halbe Stunde, bis ihr den Punkt erreicht. Okay. 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 Kurz bevor ihr da ankommt, kommt Torgor ins Cockpit und hält ein zusammengeschweißtes etwas in seinen Händen. Mehr konnte ich nicht bauen. Das ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das funktioniert, aber es könnte hochgehen und hält das Iron hin. Im Prinzip reicht mir das, was muss ich tun, um sie aufzuhjagen. Ähm, hier, ich schreib dir die Comlink-Frequenz auf. Da anrufen. Alles klar. Ich probier das mal. Es gibt eine große Explosion und das Cockpit wird auseinandergerissen. Äh, Aeron, Anspore und Torkor sind tot und die Pathfinder stürzt mit einer Geschwindigkeit von, äh, fast 2000 Metern pro Stunde, äh, 2000 Kilometern pro Stunde in den Dschungel und der Rest stirbt auch. Ich hatte schon echt Angst, dass wir uns... 2000 Kilometer pro Stunde. Ja. Ich hatte wirklich Angst, dass wir uns wirklich mit dem Stupon anlegen müssen. Ja. Gut, dass du das vorher geklärt hast. Auf dich ist Verlass. Yay. Schön. Glückwunsch. Credits. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Klingelt EP. Okay, also. Bombe. Ich möchte einen Leitzeitpunkt ausgeben, damit ich überlebe. Nein. Stammt. Ich möchte einen Dankzeitpunkt ausgeben, damit er überlebt. Okay. Sehr gut. Ähm, ja. Und dann, ähm, sagt Torkor, und, ähm, ich hab dann noch was entdeckt. Ich hatte hin und wieder ein paar Momente und hab einfach, ähm, die Scanner von unten laufen lassen und hab geguckt, ob es sonst noch Sender oder Empfänger für diese Bequenz gibt und offensichtlich hab ich's geschafft, ähm, eine Möglichkeit zu basteln, wie man die kybernetischen Nexo ausspüren kann und gucken kann, wo sie sich etwa befinden. Darf ich einmal? Er geht, äh, so schnell vorbei und, ähm, macht so eine Hologrammfläche auf und deutet dann dahin. Äh, da sind momentan etwa ein Dutzend Signale. Und die nähern sich dem Lager. Wieder. Ich krieg so Plagg. Ähm, dann werde ich jetzt sofort Kratala anfunken. Ja. Kratala. Ah, Aeron. Richtig? Ja. Ähm, circa ein Dutzend der kybernetischen Nexo sind auf dem Weg zu euch. Schon wieder. Ja. gut, danke, Devanum, ich bringe meine Leute nach drin. Dort sollten wir sicher sein bis zur Rückkehr. Mhm. Na, Aeron, du darfst ja einmal Charm würfeln. Gegen Schwierigkeit zwei. Cool, da muss ich nichts machen. Sie wirkt dir nicht so ängstlich oder erschrocken. Aha. Jetzt bin ich doch ein bisschen irritiert. Gut, dann bis später. Ja, bis später. Und viel Glück nochmal. Danke. Er wendet sich an den Rest der, wer auch immer jetzt gerade anwesend hier ist. Sie war nicht mal ein bisschen irritiert davon? Also, ein bisschen schon, aber es wirkte halt nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, ich muss alle in Sicherheit bringen. Ja, also, das ist, was zur Hölle geht hier gerade ab? Die hat uns die ganze Zeit schon belogen, glaubst du, das hätte sich jetzt geändert? Torge, Ja? Entschuldigung. Tu es mir in Gefallen und untersuchst bitte einmal die die Laderampe, ob sie da irgendwelche Dummheiten eingebaut hat. Ich stand da die ganze Zeit neben. Außer, dass sie das nahezu perfekt eingebaut hat und die sie jetzt fast neuer ist als neu, habe ich nichts beobachten können. Ich habe alles, jeden Schritt genau beobachtet, weil die ist richtig gut. Da war nichts. Ich ahne ganz schrecklich, ihr habt ein ganz mieses Gefühl. Gut, dann bleiben wir jetzt einfach bei unserem Plan. Oder? Jo. Raus und wir verbuddeln die Bombe tief im Boden mit viel Erde drauf. Wäre Schritt 1, oder? Ja. Äh, ja. und dann gucken wir, wo wir uns gut verstecken können. Wenn es nichts zu besprechen gibt, werde ich mir jetzt mal meine Überwaffnung holen. Gibt es in der Nähe dieser Kapsel zufällig auch solche Nester, die die Scanner so hart irritiert haben, wie der Platz, wo wir die Passparen als erstes mal unter gebraucht haben? Wo wir sie stecken können? Also, du könntest da in eurem PC noch die Signatur davon drin ist, könntest du danach scannen und suchen, ob du sowas findest. Den mache ich Computer gegen Schwierigkeit 2 und zwei blaue Würfel. Ja, du findest tatsächlich eine überaus große Ansammlung von Lebensformen und einen geeigneten Baum, der liegt da. Da könnte man die Passwinder gut verstecken und ist quasi Lass mich mal eben korrigieren ist quasi Flugzeit nur zwei Minuten entfernt. Das heißt, die Passwinder könnte euch da absetzen und dann hier in Deckung gehen. Das hört sich total gut an. Dann will ich jetzt auch aus Holo werfen. Da könnten wir in der Zwischenzeit die Passwinder parken. Da sind die Scanner das so ein komisches Nest, was die Scanner so arg stört. Dann ist sie zumindest für Scanner so gut wie unsichtbar. Hast du wie an der Klippe das Ding? Ja genau. Nee nee. Ja, Entschuldigung. Ich wollte sagen, wisst ihr noch was die blaue Linie zu bedeuten hatte? Weil das dürfte Ohtrak auffallen. Ohtrak ist nicht im Cockpit. Ach stimmt, da war was. Die blaue Linie war ein Feuchtgebiet wo lustige Zentakelmonster leben. Ja. Wir möchten sie nicht Cthulhu nennen, vor allen Dingen aus Copyright rechtlichen Gründen. Also sind das Cthulhu Lusus. Genau. Cthulhu Lusus. Äh, ja, die sind aber relativ ungefährlich, wenn man sich innerhalb der Schrift befindet. Ich möchte kurz einwerfen, in Europa ist Cthulhu nicht mehr Copyrighter, sondern Public Domain. Also wir können den Namen verwenden. Okay, Gott sei Dank. Also, aber trotzdem heißt das, also innerhalb des Schiffs sind die ja ungefährlich, weil die ja keine Dinge tun können, also nicht in das Schiff einfach reinkönnen. Also, das, was ihr gesehen habt, auf gar keinen Fall, das war viel zu klein. Oh nein, außer da ist zufällig der große Alte, ja, ist okay. Gut, dann lassen wir uns da absetzen. Ja. Der ist theoretisch schneller, wenn man von einer Baumkrone aus an eines von den Seilen hüpft und nicht von ganz unten anfängt. sich durch das Blätterdach abseilen zu lassen ist nicht so die beste Idee, weil du halt nicht genau siehst, was da drunter ist. Und auch die Pflanzen hier wissen wir nicht ganz sicher, ob die Ich rede davon, wenn wir nachher dieses Ding bauen. Achso. Könnt ihr gucken? Also das Abseilen, da macht mal bitte einmal alle eine Athletikprobe gegen Schwierigkeit 1. Wenn ich die jetzt verkacke, ey. Geht doch. Oh. Habt Triumph. Oh. Äh. vom Seil runter. Gibt das Seil blaue Würfel? Das ist Schwierigkeit 1. Weil's ein Seil ist. Gibt das Seil blaue Würfel? Nein. Das kann ich mit diesem Griff machen. Kann ich Aeron auffallen, bevor auf den Boden aufklatscht? Ja. Pass auf. Ist das ein Seil? Kann es halt, dass immer irgendjemand abstürzt, wenn's im Runterspringen geht? Natürlich. Vor allem unfähige Leute wie ich. Oder Antis Okay. Ihr lasst euch abseilen und Aeron schafft es nicht so wirklich seine Abseilgeschwindigkeit zu kontrollieren und er beschleunigt dabei ein bisschen und war nicht so klug seine Hände zu schützen und gerade als er sie so schnell abseilt, dass er Brandblasen an den Händen bekommen würde, packt Elias Aeron an der Seite und bremst damit so ein bisschen das Abseilen rutschen und schützt Aeron davor mit total verkohlten Handflächen unten anzukommen. Danke. Ich ziehe das nächste Mal lieber Handschuh an. Danke für den Tipp. Habe ich Handschuhe in meinem Anzug? Ja, dann ziehe ich mir jetzt Handschuhe an, weil das sowieso relativ klug ist, das zu tun. Ach, Dreck. Ähm, kann ich einen Leitzeitpunkt ausgeben, um meine Rüstung in der Zwischenzeit irgendwie repariert zu haben? Äh, Torga war fast die ganze Zeit beschäftigt. Okay. Also, ich hätte gesagt, ja, wenn es Leerlauf gegeben hätte für Torga, aber Torga war fast die ganze Zeit beschäftigt mit Dingen. Er hat die ganze Zeit Aufgaben gegeben. Dammit. vielleicht jetzt, wo wir so ein bisschen Leerlauf haben, kannst du mir mal die Rüstungswerte von dieser Rüstung verraten, Eike, bevor wir übergehen. Ja, ähm, ich trage, habe ich sie dir nicht sogar eingetragen gehabt? Ne, ich habe dich daran gehindert, weil ich die Rüstung erst nicht angezogen habe. Ach, genau, da war es, ich wollte sie eintragen und dann hast du gesagt, nein, will ich nicht. Ähm, ich mache das mal eben, ihr könnt weiterspielen währenddessen. Ähm, ja, dann direkt Dinge tun, also in der Nähe der Kapsel halt diese Bombe vergraben. Ich würde da einen Baum hochklettern wollen. Wo genau? Also, wo genau möchtest du die vergraben? Also, was ist das Ziel dahinter? Also das Ziel ist letztendlich, damit für Ablenkung beziehungsweise eine große Druckwelle zu sorgen und wenn die halt explodiert, dann wird die ja Dinge aufwirbeln, also Dreck und was da halt darüber ist und das soll uns im Prinzip Deckung geben. Ja, willst du die im Dschungel vergraben oder quasi da in der Nähe der Landefläche, wo die sich wahrscheinlich abseilen würden? Eher da in der Nähe der Landefläche, wo die sich abseilen würden, oder? Andere taktische Genies anwesend? Nein. Da ist es da, wird Deckung braucht. Wenn sie sich halt da nicht abseilen, haben wir Pech. Okay, dann machen wir das dazu. Das sind erstmal, ich habe erstmal die relevanten Sachen eingetragen für dich, die anderen Sachen mache ich nachher noch, ja? Tenno? Ach, das gerade auf K. Okay, gut, dann vergräbst du die. Na gut, wenn Tenno jetzt wieder da ist, äh, ich würde die Bombe in der Nähe, also mit, ja, in der Nähe des Abseil Territoriums vergraben, damit sie uns wirklich Verdeckung geben kann, oder lieber am Dschungel, damit sie ablenkt. Dazwischen, dass sie halt so viel Staub wie möglich aufwirbelt, aber noch nah genug dran ist, die wegzuschleudern, auf den Boden zu werfen, aber halt auch nicht weit genug, dass sie halt nichts tut, was die irgendwie, ja. Ja, das ist halt so etwa der Plan, das ist schon richtig. Ja, dann ungefähr hier. Gut, dann Klappspaten und Buddeln. Ihr habt keinen Klappspaten. Dann haben wir richtige Spaten. Nein. Wir haben keine Graben. Dann haben wir Dinge, die man als Platten benutzen kann zum Graben. Und ein Auftrag, der Übung daran hat, in der Wildnis zu graben. Ihr habt da definitiv, könnt da eine Schrottplatte von der Rettungskapsel, die da rumliegt, nehmen und damit graben. Ja, das geht. Dann machen wir das. Wird das getan. Ich könnte natürlich werden das auf einen Baum und halte Ausschau. Du gehst in Richtung Waldrand und guckst in den Dschungel und da fällt dir auch auf, dass an den Bäumen sich vor allem in den höheren Bereichen so eine sonderbare Feuchtigkeit sammelt, die dann offensichtlich nicht wirklich runterläuft, sondern daran zu kleben scheint. Das ist höchst interessant. Du musst wissen, was es ist. Mhm. Wie willst du das herausfinden? Ich nehme irgendetwas mit stücklose Kleidung oder so. Und stopfe es da rein. Mhm. Weil ich so das Gefühl habe, dass ich das dann nicht mehr rausbekommen werde. Das scheint klebrig zu sein. So klebrig, dass ich da noch rauskommen würde. Äh, harzig. Vielleicht ist das mal das Harz, wer weiß. Ich versuche, die Stellen zu vermeiden, wenn es geht. Mhm. Also vom Blätterdach her ist es halt echt problematisch, von den Bäumen aus irgendwas zu machen. Das, wofür man die am ehesten benutzen kann, ist erhöhte Positionen zu schaffen, um halt Stormtrooper zu beschießen, aus einer gewissen Deckung heraus. Aber für andere Sachen sind die kaum nutzbar. Und du bist dir auch ziemlich sicher, dass andere vielleicht Otrak und Tenno da hochkommen würden, aber Aeron nie im Leben. Aber du darfst auch mal durchaus eine Athletikprobe machen, gegen Schwierigkeit 3. Und einen schwarzen Würfel. Könnte ich sogar halbwegs hinkriegen. Aus die Würfel lassen mich im Stich. Da ist ein Triumph dabei. Hm. Ähm, okay, den Triumph schreibe ich dir eben was. Darf Wok? Aber du kommst da nicht wirklich hoch. was. Ich bin nicht die Würfel schreibe ich in den schwarzen. Ich bin die Würfel schreibe ich in den Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht mehr ganz, wie das passiert ist. Darin könnte man sich doch vielleicht ganz gut verstecken, oder nicht? Ja, und du darfst ja mal über Leben gegen Schwierigkeit einzwürfeln, ob du es wieder findest. Okay. Tue ich nicht. Aber irgendwas anderes möchte ich dafür finden. Ja, du findest nicht den Schacht. Allerdings findest du an mehreren Stellen da im Dschungel durchaus Wurzel-Quasi-Löcher, wo man sich unglaublich gut drin verstecken kann. Auch so vom länglichen Moos, was quasi fast schon grasartig nach unten hängt, so zugehangen sind, dass da definitiv Leute sich perfekt drin verstecken können. Und davon findest du drei Stück. Sehr gut. Das heißt, ich teile das dem Rest auch noch mit und werde mich dann eins reinbegeben. Und die liegen alle quasi im Südwesten, also etwa da, und sind so ausgerichtet, dass du problemlos quasi in Richtung Freifläche schießen kannst und halt siehst, wenn die sich seitlich von dir befinden würden. Also in der Richtung, wo quasi nicht der Baum ist. Das heißt, die sind perfekt gelegen, um einen Hinterhalt zu legen. Wie weit sind die denn weg quasi von der Rettungskapsel? Von der Rettungskapsel 25 Meter. Also es sind quasi 10 Meter Dschungel und dann 15 Meter Freifläche. Das ist irgendwie kacke eigentlich. Die Idee ist ja, dass wir bei der Rettungskapsel uns direkt irgendwo verstecken. Das heißt, sobald die runterkommen, Bombe zünden, die sind abgelenkt, geblendet oder sowas. Und den Moment würden wir ausnutzen, um einfach hochzukommen. Das heißt, alles, was so ein bisschen weit weg ist, ist irgendwie schlecht, Odrak. Au. Es sei denn, du hast gelernt zu fliegen. Leck mich. Also suche ich was anderes. Ich meine, wenn wir nichts anderes finden, werden wir wohl so oder so gegen diesen Kommandotrupp bekämpfen müssen. Aber besser wäre wohl halt, wenn wir es nicht tun müssen. Dann suche ich das restliche Gebiet ab, noch weitere Möglichkeiten, die taktisch für uns besser sind. Kann ich das unter Umständen auch tun? Ähm, ja. Ihr dürft beide mal über Leben würfeln gegen Schwierigkeit 2, wenn ihr gezielt etwas militärisch schutzbares suchen wollt. Eau. Okay, dann beim Triumph darfst du dir überlegen, was du da finden könntest, was für euch nützlich ist. Gut, gegen fünf Minuten, ich bin gleich wieder da. Also, ich würde nur sagen, ihr könnt euch dann mit dem Triumph-Strikus eine Situation bauen, die euch passt. Kisten, die groß genug sind, vier Kisten, wo wir auch reinstecken können. Nein. Überall Ewoks, die uns helfen. Nein. Das ist schon für die Ewoks. Oh, boah. Das sind Kanonen auf dem Boden, die wir uns reinstecken können und uns dann hochfeuern können. Nein. Ähm, 1-Poor. Du darfst aber, wenn du die Pathfinder verstecken möchtest, durchaus einen Pilot-Weltraum gegen Schwierigkeit 2 nochmal wirfen an dem Ort, der abgemacht war. Das möchte ich auf jeden Fall. Hm. Hm. Okay. Eure Schrift ist unauffindbar. Hm. Möchtest du die Bedrohung ausgleichen? Mit dem Triumph? Oder möchtest du den Triumph benutzen? Für etwas, was dir einfällt? Ja, ich möchte die Bedrohung ausgleichen. Okay. Einfach nur, um zu demonstrieren, wie perfekt ich bin. Äh, ich gebe einen Darkside-Point aus. Nein, wie kommt das denn? Kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Bald hast du keine mehr. Das ist gut so, dann können wir sie bald endlich mal... Also, wir... In passenden Situationen bin ich hier definitiv einfach bereit, sie zu benutzen. Ich würde auch die einfach rausfauen. Das ist ja auch das Schwachsinn, die zu sammeln. Ja. Du hast ein mieses Gefühl, wo du da gerade bist. Ein richtig mieses Gefühl. Ich meine, die Scanner zeigt an, du bist hier echt perfekt geschützt. Aber du hast so ein ganz mieses Gefühl. Ach fuck, ich park nochmal um. Ich möchte verwürfeln. Du möchtest wirklich nochmal umpacken? Ja. Hier gibt es nichts Besseres. Du wüsstest nicht, wo du dich verstecken solltest. Also hier... Dann fliege ich halt nochmal eine kurze Runde, um was zu suchen. Obwohl, ich würfle mal Disziplin. Ich glaube, das ist ganz angemessen. Schwierigkeit, Eike. Möchtest du über Scanner suchen, visuell suchen? Ne, ne, ich möchte Disziplin würfeln. Disziplin suchen? Okay. Wir füllen mal Schwierigkeiten. Wir füllen mal gegen Schwierigkeit zwei. Okay. Okay. Okay, ein Spor hat sich im Griff und schluckt dieses Gefühl runter. Und sucht nach nichts. Nein, aber schaut auf jeden Fall. Benutzt die Scanner, um was anderes zu suchen. Und benutzt die Kameras. Okay. Und benutzt das Intercom. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Also ich glaube, das bezieht sich auf da, wo ich geparkt habe. Auch wenn ich nichts feststellen kann, was an dieser Stelle nicht super ist. Aber ich habe ein echt mieses Gefühl. Ja, damit endet auch die Durchsage. Was heißt mieses Gefühl? Ich habe bei der ganzen Aktion exakt mieses Gefühl. Ich kann das nicht genauer sagen. Er ist sowieso kommend, also. Ich kann das nicht genauer sagen. Findest du einen sinnvolleren Ort, um die Pathfinder zu verstecken? Es wundert mich, dass ich so einen großartigen Ort wie diesen hier gefunden habe. Vielleicht ist er einfach zu gut. Also, zu gut, um wahr zu sein. Aber ich sehe keine großen Lebewesen in der Nähe. Ansonsten ist alles nur dichter Dschungel. Ich wüsste nicht, wo ich sonst parken sollte. Aber ich habe ein echt mieses Gefühl. In Ordnung. Wenn dir irgendwas noch spanischer vorkommt, oder wenn du der Meinung bist, dass du da unsicher bist, dann machst du dich da vom Acker. Okay. Ansonsten macht die Luken zu und beobachtet die Kameras und die Sensoren. Die Sensoren zeigen an Leben um dich rum. Also, die sind genauso nutzlos wie beim letzten Mal. Ja. Ja. Otrak hat was gefunden. Ja. Und zwar habe ich mir die Wurfe angeguckt und habe mir überlegt, was ich persönlich eine coole Lösung fände. Und zwar, ich habe ja da Bedrohungen dabei, die praktische Nebeneffekte haben. Da wäre mein Vorschlag für, dass das Gebiet um die Kapsel selbst, weil die ja scheinbar so ein bisschen in so einer Senke liegt, momentan sehr nass und matschig ist, weil vielleicht hat es geregnet oder sowas, sodass wir direkt an der Kapsel dran keine Verstecke finden. Aber. Du hast keine Bedrohungen gehabt. Stimmt, das war der falsche Wurf. Aber trotzdem fände ich das cool, wenn das Ding nass und matschig ist. Und hätte dann das Ziel, dass Otrak dafür aber festgestellt hat, dass, wir haben ja an der Kapsel rumgewickelt gehabt, als die Bombe da war, dass da so ein großes Kabel rausguckt, dass quasi die Funken fast rausfliegen, was man mit einer leichten Mechanik so einbauen kann, dass man sagen kann, tunk, das ist im Fußboden und der Fußboden steht unter Strom. Warum hier diesen matschigen Gebiet, weil nass Strom leiten und sowas, sodass wir uns zwar nicht an der Kapsel direkt verstecken können, aber wenn da Stormtrooper runterkommen, wir halt mit einer kleinen Vorrichtung, wo man sagen kann, klick, bzzzt, wenn wir uns halt in den bisher schon gefundenen Verstecken verstecken können. Aus der Filmlogik heraus ist das ein perfekter Plan, aus der physikalischen Logik heraus ist das sowas von Bullshit. Gut, dass wir Star Wars spielen und wir Space Fantasy haben und nicht physikalisch logische Dinge. Ich bin ja total für euch, ich finde das super. So, es sollte hier schon alles physikalisch korrekt bleiben. Dann wären wir nie hier angekommen, weil Fliegen in Star Wars physikalisch keinerlei Sinn macht bei Raumschiffen. In Star Wars schon. Nicht ein Stück. Außerhalb von Star Wars halt nicht, aber in Star Wars macht das sehr viel Sinn. Also gibt es auch in Star Wars elektrischen Matsch. Genau. Das ist ein besonderer Matsch. Okay, das, ähm, du kannst definitiv den nassen Schlamm unter Strom stellen, das ist gar kein Problem. Genau, das wäre mein Ziel. Super. Und wie kommen wir dann auf das Schiff, wenn alles unter Strom steht? Wir gehen, warten, dass die, wir gucken, siehst du, dass die halt ein bisschen Abstand dazu haben, wenn wir da dran kommen? Oder aber wir ziehen uns halt Gummiüberzüge über unsere Schuhe? Ich meine, das sollte immer noch funktionieren, hoffentlich. Ist dann so lustig. Ihr habt Gummi-Sohl in euren Schuhen. Ja, die Stormtrooper bestimmt auch. Psst, lass Otrak das nicht hören, der glaubt an den Plan. Okay. Ja. Können wir einen Leitzeitpunkt dafür ausgeben, dass die Stormtrooper keine Gummi-Isolierung haben? Finde ich gut. Soll ich dir sagen, welche automatischen Modifizierungen Stormtrooper-Rüstungen haben? Nein. Warum nicht? Ich wollte das nur einmal in den Raum geworfen haben. Bestimmt haben sie elektrische ISO. Ha, ha. Gut. Ähm. Ja. Aber ihr wolltet euch noch verstecken. Yep. Jip, jip. Ja, nehmen wir wohl diese Wurzeln da, wo die Otrak vorher noch gefunden hat. Ähm, ja. Verstecken würde ich mich auch voll und ganz auf Otrak verlassen. Ähm, ihr dürft mal, wenn ihr euch verstecken wollt, darauf würfeln. Aufs Delf? Ja. Nein, außer Anspruch. Alle, die da unten sich Kampffreiheit machen, dürfen aufs Delf würfeln. Ich möchte mich aber etwas weiter... Und was haben die Wurzeln? Die Wurzeln geben euch jeweils drei blaue Würfel. Ähm, ich lasse euren Wurf erstmal machen, weil ich dann, sobald die Sturmtruppen kommen, gegenwürfeln werde. Dementsprechend würfelt so. Ähm. Nice. Wow. Ich meine das auch mit... Ich würde mir von Otrak dabei helfen lassen, tatsächlich auch so sagen, dass... Er soll mir helfen, irgendwo örtlich werden zu finden. Nicht, dass er es wirklich besser kann, anscheinend. Ich habe die drei Plätze gezeigt, die wir haben. Okay. Ähm. Elias bekommt plus zwei Würfel bei Stealth? Ja. Ach du Scheiße. Also, ich glaube, Elias ist weg. Oh, fuck. Nice. Okay. Ihr versteckt euch. Sehr schön. Stell mir gerade, äh, die vier in Pinguinen-Kostümen vor, wie sie mit ihren Flossen wegeln. Wir waren... Ihr habt uns nie gesehen. Immer schön winken. Süß und knuddelig. Okay. Ähm. Ich werde da... Oh Gott. Diese Erfolge von Elias. Unfassbar. Okay. Gut. Ähm. Es fehlt Triumph. Möchtest du reroll? Ähm, okay. Möchte einer von euch quasi noch, ähm, kratellabend beschreibt sagen, dass das Signal durchaus versteckt werden kann, um Sachen zu beschleunigen? Ja. Dann tue dies. Also, äh, sind wir bereit? Sonst? Eisskipper. In Ordnung. Dann, äh, äh, Kratallarm. Ja. Das Signal kann verstärkt werden, wir sind bereit. Alles klar. Ich schalte ein... Ich habe wahrscheinlich schon alles vorbereitet dafür, dass es funktioniert. Im Hintergrund hörst du ein... Was einschalten? Äh, Kratallarm ist weg, ne? Was bitte? Sie will dann auflegen. Mhm. Bitte? Die Verbindung wurde getrennt. Ähm... Jetzt habe ich da ein ganz mieses Gefühl. Können wir das Signal checken? Also, kann ich das Signal checken? Ähm, wie meinst du das? Wie stark das Signal sendet? Ähm... Ja, das kannst du. Weil ihr habt bestimmt die Frequenzen ausgedaucht, das ist kein Problem. Ähm, die Signalstärke erhöht sich gerade massiv. Okay, dann ist alles okay. Gut. Ähm, dann dauert es etwa... ...eine halbe Stunde. Und dann hört ihr... ...die Triebflexgeräusche eines Guzzanti-Kreuzers, der sich euch nährt. Das ist unüberhörbar. Ja, das ist unüberhörbar. Anspor beißt dich auf die Decke. Entschuldigung, ich habe gar nicht ganz so gehört. Was war? Der Guzzanti-Kreuzer macht... ...und man hört sich quasi näher kommen. Ähm, ja. Und Anspor kann den auch von ihrer Position aus sehen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ähm... Ähm... Als versetz ich an Steuer... ...und... ...hat den Finger auf... ...Hüberraumsprung oder so. Ich bin davon unterreden. Nein, sie ist nicht Hans Holm und macht solche... ...suizidalen Sachen nicht. Weil sie... ...davon überzeugt ist, dass man sofort stirbt, wenn man das macht. Okay, ist sie nicht ärmer. Ich wäre auch dafür, dass jetzt anfängt, epische Musik zu spielen. Also singen. Also singen. Also singen. Also singen. Nein, ich meine für die Zuschauer. Quasi. Hier noch einmal singen. Ein Bild, wie das Ganze aussieht. Man kann für sowas übrigens auch Handouts nehmen. Ach was. Ein riesiges Schiff, das den Blick auf den halben Planeten versperrt. Ja, also ähm... Es ist kugelförmig und ein Mond. Nein, Moment. Was? Ähm, ja. So ein Schiff nähert sich. Und kommt dann über der Rettungskapsel zum Stehen. Ihr seht halt noch von unten die Haltebuchten der TIE Fighter, die jetzt unbesetzt sind. Und dann geht eine Ladeluke auf. Und ihr seht, wie sechs Seile nach unten gelassen werden. Und kurz darauf kommen sechs Sturmtruppen das Seil herunter. Wovon eine so eine weiße Schulterplatte trägt. Also so eine erweiterte. Wie die von Tatooine in... Die wird daran ja braun, aber hier ist die eine weiß. Was für Aeron deutlich macht, dass das offensichtlich ein Truppführer ist. Mhm. Okay, das wird den anderen glaube ich auch einleuchten. Ähm, du weißt das und alle anderen... Also ich gehe nachher, dass du das weißt, weißt. Alle anderen, ähm, können das durchaus vermuten, ja. Anspar kennt auch Schulterklappen. Auch wenn sie die Brenge-Bezeichnung nicht weiß, aber das sind halt richtige. Ich habe bei der Lederjacke erzählt das auch. Äh, nein. Ähm. Ja. Landen um die Rettungskapsel herum. Also kreisförmig. Und nehmen ihre E-11 Blaster sofort schussbereit, nachdem sie gelandet sind und gucken sich um. Gut, dann ist das jetzt der Moment, wo wir starten sollten und, äh, ich die Bombe zünde. Warte, ich möchte eben einmal einen Wurf für die Stormtrooper machen. So. Sobald die Ablenkung losgeht, werde ich Richtung Seile schleichen. Oh ne, passt. Ist in Ordnung. Ähm, du kannst die Bombe zünden. Dann funke ich die Bombe an. Mhm. Würfel mal bitte zwei Machtwürfel. Also für Wahrscheinlichkeit. Sobald zumindest ein Weißer da ist, bei zwei Machtwürfeln, geht die Bombe hoch. Na toll. Nichts passiert. Nichts. Verdammt. Okay, das ist der... Kann ich einen Schicksalspunkt ausgeben dafür, dass das Ding funktioniert? Ja, klar. Okay, ich finde dafür ist das durchaus alle angebracht. Gibt es Intervention dagegen? Nö. Ähm... Du rufst die Bombe mit deinem Kommling an und es passiert nichts. Du wartest ein paar Sekunden, denkst, scheiße, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und dann geht drei Meter entfernt von dem einen Stormtrooper, ähm, die Bombe hoch und es gibt eine riesige Schlamm und, ähm, Staubwolke. Und du siehst zwei Stormtrooper durch die Luft fliegen und im Schlamm landen. Die anderen vier nehmen sofort ihre E-11 Blaster in Anschlag und gucken sich jetzt ein wenig panischer um. Wenn die jetzt im Schlamm liegen, dann haben die ja nicht mehr den isolierenden Effekt ihrer Schuhe, oder? Ja, aber die Rüstung... Durchgehend überall... Ja, die tragen diese schwarzen Untertler. Also wirklich, das macht keinen Sinn, dass es funktioniert bei Stürmtroppen. Äh, ja, dann, äh... Ja. Keine Ahnung, die anderen sind in solchen Situationen viel geschulter, dementsprechend ging ich jetzt davon aus, dass irgendwer Stürmen ruft, oder sowas. Ich schleiche in Richtung der Seile. Ähm, zwischen euch und den Seilen befinden sich momentan zwei Sturmtruppen, die sich in eure Richtung umgucken und nicht sehen. Wenn du deine Entdeckung verlässt, besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich entdecken. Dann würde ich einfach die Aufmerksamkeit auf mich richten, dass Elias da drankommt. Rausgehen und... ...auf die Schießen! Also, kampftechnisch in was für einer Distanz? Also, ich sag mal, regeltechnisch gesehen würde ich jetzt die erste Kampfrunde starten. Ähm, die beiden Weggeschleuderten würden definitiv in... Also, die scheinen nicht tot zu sein, die werden definitiv in der nächsten Kampfrunde wieder einsatzbereit sein. Jetzt momentan sind die quasi ausgenockt. Das heißt, momentan habt ihr da vier Sturmtruppen? Ähm, sobald ihr halt irgendwas tut, würden die halt danach dran sein. Also, ihr seid alle davor dran, das ist klar. Ähm... Und ihr könnt halt frei überlegen, was ihr wie tun möchtet. Und Elias, äh, hier, Tennos Plan könnte durchaus funktionieren, aber dann habt ihr wahrscheinlich in der nächsten Runde da durchaus, äh, sechs Sturmtruppen, die ihr bekämpfen müsstet, als Ablenkung. Ähm, wir sind hier doch schon länger und kennen damit doch auch die Geräusche der hier ansässigen Tierkulisse. Gibt es davon irgendwas, was man recht leicht nachmachen kann oder wir zufälligerweise schon mal aufgenommen haben, dass man das jetzt abspielen könnte, um den allen Tiere Schiss zu machen? Äh, ihr könntet durchaus für einen Leitzeitpunkt das Brüllen eines Nexo aufgenommen haben. Ja, das ist super. Ich glaub, wir wollten ihn umbringen. Äh, mir geht's ja nur darum, dass wir erstmal eine Ablenkung haben, dass ich das einmal, wenn möglich, irgendwie laut über diese Fläche schallen lasse, dass sie sich zumindest einen Grund haben, sich in alle Richtungen umzugucken und panisch zu werden. Das wäre ungünstig, wenn sie sich in alle Richtungen umgucken. In alle Richtungen umgucken nach großen, dicken Fieschen mit riesigen Zähnen, die auf sie zugestürmt kommen könnten. Und nicht nach einem Sellsblank. Was er sagt. Also ja, ich möchte für den Leitzeitpunkt einsetzen, wenn jemand was dagegen hat. Okay, wir haben geliebt. Okay. Gibt's einfach wieder in der Session alles rauszuhauen? Wieder 10 sparen. Hm. Ähm. Die Anzeige ist falsch. Nee, richtig, Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid. Ähm. Ja. Es schallt das Brüllen eines Nexo durch den Dschungel. Und die Sturmtruppen wirken arg eingeschüchtert und schauen sich weiter um. Ähm. Was möchte der Rest von euch machen? Die Frage ist immer noch, wie weit sind die weg von uns? Also in Kampfdistanzen? Der, äh, Mittel. Das heißt, wir sind gegen Schwierigkeit 2. Ähm. Sollen wir jetzt noch warten? Ähm. Sollen wir jetzt noch warten? Ähm. Ähm. Mittlere Distanz. Okay, dann können wir eh nicht auf Stun schießen. Mhm. Das ist richtig. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt mein, mein Ding jetzt, was ich machen wollte. Warte, 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 warte. Manöver. Manöver. Okay. Äh. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach quasi... Naja. Ich werde wahrscheinlich so oder so auf die zielen müssen, schießen müssen. Äh. Auf die schießen, um die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Äh. Äh. So gut wie möglich versuchen, die nicht zu töten. Ähm. Ähm. Also schwerfeuermäßig. Ähm. Schieß mal. Du schießt mit einem, also gegen die Schwierigkeit zwei, mit einem blauen Würfel und zwei schwarzen. Okay. Äh. Dann mache ich erstmal das. Ähm. Wie viel Scheibe macht deine Waffe? Äh. Neun. Okay. Dann erwischst du einen der Sturmtruppen, der offensichtlich auch mit einem Schmerzensschrei zu Boden geht, aber nicht direkt tot ist. Der bricht auf ein Knie zusammen und hält sich die Brust. Und dann möchte ich mein Manöver noch einsetzen, um mein Talent einzusetzen. Bodyguard. Ähm. Äh. Elias zu helfen, nicht getroffen zu werden. Falls die doch auf ihn schießen werden wollten. Das heißt, Schwierigkeit wird um eins erhöht und ich nehme eins strain. Okay. Wer möchte als nächstes handeln? Aeron? Oder Elias? Äh. Ich würde... Ähm. Ich würde... Ähm. Also... Was genau hat Tenno jetzt gemacht? Wo ist er jetzt? Tenno hat auf die Geschossen ein, äh, verletzt und hat eine Fähigkeit angewandt, dass wenn die doch auf Elias schießen sollten, ähm, das schwerer für die ist. Ähm. Kann ich, äh, die, ähm, Rettungskapsel unter Beschuss nehmen, dass die, ähm, dass ich gerade das Kabel irgendwie versuche zu treffen und dass das einen Lichtbogen erzeugt, was die halt noch weiter irritiert oder so? Ähm. Da würfeln mal gegen Schwierigkeit 4. Es könnte funktionieren. Die Schwierigkeit 4, oh Gott. Ja, das wäre es. Genau das wäre es, Tenno. Ah, cool. Ist sogar noch besser. Äh, ich würde zielen und mir auch zwei strain nehmen, um halt nochmal rüber zum zielen Dinge tun. Und dann kriegst du zwei blauen Würfel. Hm, schade. Okay. Was macht Elias? Ja, gibt es. Kann ich den Vorteil benutzen, um, äh, Elias trotzdem einen blauen Würfel, äh, zu geben, dass sie einfach vor dem Beschuss noch irritiert sind? Äh. Du kannst den nächsten, der dran ist, einen blauen Würfel geben. Genau. Dann, äh, würde ich Elias einen blauen Würfel geben. Ja. Elias bekommt einen blauen Würfel, für was auch immer er tun möchte. Ich möchte mich nicht ohne Seile begeben, ohne dass ich gesehen werde. Ähm. Dann würfel mal einmal Stealth. Und du bräuchtest definitiv zwei Manöver da ranzukommen. Das heißt, ähm, du hast ein Manöver und eine Aktion pro Runde, du kannst aber Aktionen in Manöver umwandeln. Das heißt... Strain nehmen. Genau, du müsstest tatsächlich Strain nehmen, weil Aktionen immer Würfeldinge sind. Das heißt, wenn du schleichen möchtest, müsstest du quasi eine Aktion und zwei Manöver, dann nimmst du zwei Strain und würfelst mal. Auf Stealth. Das sind viele Erfolge, beziehungsweise eher Vorteile. Das heißt, ähm, du schaffst es bei dem ganzen Chaos unbemerkt an denen vorbei zu einem der Seine zu kommen. Zumindest haben sie dich nicht direkt wahrgenommen. Und dann sind die Sturmtruppen dran, die jetzt in den Wald schießen. Zwar blind, aber es sind immerhin vier Sturmtruppen. Wofür kann er jetzt die fünf Vorteile nehmen? Ähm, das kann er dich noch dran überlegen. Er könnte wem auch immer als nächstes dran es fünf blaue Würfel geben von uns. Das ist einfach mal ein random, sie schießen in den, äh, Dschungelwurf. Besser als nächster dran für uns. Und sie treffen auch nicht. Ja, ihr seid wieder dran. Ähm, und ihr seht halt, dass die anderen beiden Sturmtruppen die gerade auf dem Bund lang jetzt auch quasi wieder handlungsbereit sind. Die Sache ist, ich weiß nicht, inwiefern es Sinn macht, dass sie, was auch immer ich getan habe, leichter zu treffen sind. Mh, das macht also nicht so wirklich Sinn. Es muss ja auch nicht mit dem zusammenhängen, was du gemacht hast. Aber es kann zum Beispiel sein, dass wir sehen, ah, er kommt voran und es uns ermutigt, uns nochmal mehr zu konzentrieren. Weil wir wissen, wenn wir jetzt richtig treffen, dann ist er durch. Ich bin sicher, dass da für fünf blaue Würfel nicht alles oben egal ist. Naja, du kannst halt entweder zwei einsetzen, um einer beliebigen Person einen blauen Würfel zu geben, oder einen, um der nächsten Person von uns, die dran ist, einen blauen Würfel zu geben. Wie weit ist er denn jetzt, äh, überhaupt an den Seilen dran? Äh, direkt daneben. Äh, direkt daneben. Oder er steht direkt daneben. Äh, jetzt haben wir was ganz Würdes. Kann er sich selber fünf blaue Würfel geben, um, äh, wenn er jetzt direkt als erstes wieder handelt, um nach oben zu kreifeln? Er kann sich selbst zwei blaue Würfel geben. Dann gebe ich mir zwei und wäre auch mal als nächstes ganz meine. Die Variante finde ich jetzt gar nicht so doof. Mhm. Oder? Ja. Also du zahlst zwei Vorteile für, äh, gezielt einer Person einen blauen Würfel zu geben und einen für den nächsten. Mhm. Und da, quasi, würd ich durchaus sagen, da muss er gezielt benutzen, um das mit in die nächste Runde zu nehmen. Das ist für mich okay, äh, das war jetzt auch nur so ne Frage. Das heißt, Elias darf durchaus quasi dann mal einen Atletewurf machen. Jetzt schon. Mhm. Mhm, mhm. Schwierigkeit. Äh, die Schwierigkeit ist drei. Hui. Basinga. Ja. Ich würde den Trumpf vorschlagen, dass die das nicht merken, dass du da hochkletterst. Ja, genau. Ja. Okay. Dann ist der Rest von euch dran. Was möchtet ihr tun? Uuh. Ja, eigentlich will ich ja auf das Schiff irgendwie kommen. Das Problem ist, dass die Soundtrooper da bei uns stehen. Kann ich gezielt auf deren Schuhe schießen, damit die kaputt gehen und die unter Strom stehen? Mhm. Weil tatsächlich nicht direkt die Schuhe oder die Rüstung das Problem sind, sondern dieses schwarzes Unterzeug, was sie tragen. Also das Schwarze, was man immer zwischen den Rüstungsteilen sieht. Das ist das Hauptgewebe, was die vor auch Wärme und Gelte und Bla und Elektrizität schützt. Und du schießt ja nicht wirklich, sondern das ist quasi ein Hitzestrahl, den du abfeuerst. Mhm. Wie weit reicht dieses Dingsseil an meinem Arm? Ähm, das reicht durchaus 40 Meter. Das ist Crossroad. Kann ich auf 40 Meter dranrennen und mich da hochziehen? Du kannst es von hier aus, kannst du das Schiff treffen. Ach so. Wo du gerade bist. Du musst quasi nur schräg nach vorne schießen, weil du nicht durch das Dach durchkommst. Aber du kannst definitiv auf das Schiff, dich an das Schiff linksen, das geht. Ja. Cool. Dann... Mach ich das. Das wäre ein... Hm? Nochmal bitte? Derdruck hat das nicht ganz verstanden. Ach so, du meinst mich. Äh, ja. Äh, äh, dann mach ich das. Ich würde... Ist das ein Manöver? Also würde eine Aktion quasi bedeuten? Ähm, das wäre eine Aktion, das abzufeuern und das Manöver wäre quasi das Hochziehen, ja. Okay, ja, dann mach ich das. Äh, dann kannst du ja einmal, da mir grad nichts besseres einfällt, äh, Athletik mit drei blauen Würfelwürfeln. Wegen dem, ähm, Enterhaken-Pastole. Gegen... Schwierigkeit drei. Ja! Ähm, die beiden Bedrohungen, wenn du die nicht abbauen möchtest, würde ich sagen, die Stormtrooper kriegen einen blauen Würfel, wenn sie auf dich schießen. Sollen sie. Okay. Aber die... Triumph wäre dann, dass sie mich auch nicht bemerken, also auf dem Schiff nicht bemerken, dass ich da hochkomme. Mhm, auf dem Schiff nicht bemerken, ja. Also die Stormtrooper unten sehen, das garantiert, das kannst du nicht verhindern. Ja, no shit. Bist halt für unsichtbar. Okay, also sind zwei von vier schon mal oben? Ja. Dirk, jetzt kann ich jetzt schauen, wie sie da hochkommen. Der Plan ist fehlerhaft, aber egal. Akzeptable Verluste. Naja, von da oben könnt ihr auf alle Fälle zumindest dafür sorgen, dass die scheiß Luke nicht mehr zugeht, von daher... Naja. Mhm. Otrak und Aera sind noch dran. Die Stormtrooper, die jetzt unten sind, schießen auf Tenno, vermutlich. Das ist... Die nehmen gerade Tenno ins Visier, ja. Wie weit bräuchte ich, um bei dem ersten von denen anzukommen? Zwei Manöver. Okay. Ähm, wie ist das eigentlich mit Schaden, den wir vorher noch hatten? Ähm... Der gilt noch. Der richtige tödliche Schaden. Okay, also beim Erschöpfung bin ich davon ausgegangen, dass der weg ist, weil... Der ist weg, ganz genau. Ähm, ja. Ja, ähm, ich möchte nicht, dass Tenno da wie eine kleine XP-Piñata von denen gepflückt wird, also heißt das Sturmangriff, yada yada. Mhm. Das heißt, du gibst Train aus für ein zusätzliches Manöver und greifst an. Richtig. Ich überlege gerade, ob ich was denn von das bedenken müsste. Ähm... Du bekommst... Zwei schwarze Würfel, wenn du die im Lagerwagen greifst. Okay, bekomme ich blaue Würfel dafür, dass die momentan abgelenkt sind und nicht damit rechnen, dass da gleich ein fucking Wegweih in der Jedi-Robe auf sie zugestürmt kommt? Äh, ja. Schwert in der Hand? Ein. Ah, okay. Dann wollen wir doch mal. Jut, das sind dann... Äh, Moment, Moment. Warum steht das nicht alles auf einer Seite? Zwölf Schadenspunkte? Ähm... Oh, traf's gut? Damit streckst du einen nieder. Komplett nieder. Awesome, genau das war der Plan. Randa laut schreien. Tschuuuck! Und... Und dann mach ich so kurzes Anerkenntnis... Äh, so dieses... Ich respektiere an, dass er als Krieger seine Aufgabe gerade erfüllt hat. Auch wenn das leider an seinem Tod endet. Das passiert halt. So einmal so Anerkenntnis zulegen. Ähm, in dem Moment, wo dein Schwert sein Tor so durchfährt und quasi die Rüstung, die er trägt, aufreißt und ähm... Das warme Blut, was aus ihm rausläuft, deine Handschuhe berührt, hast du fast ein sonderbares Hochgefühl, als du dir bewusst wirst, dass du gerade jemanden getötet hast auf diese Art und Weise. Und dieses Gefühl wirkt positiv berauschend auf dich. Es ist ein Gefühl von Macht. Und... Uncool. Puh... Mir fällt kein sinnvoller Grund, einen Odrak in diesem Moment zu sensen. Ähm... Äh, Airan, was möchtest du machen? Äh, tatsächlich würde ich diese Situation, äh... Ach... Ich habe gerade überlegt, ob ich versuche sie einzuschüchtern oder so, also quasi, äh... Sie dazu bewegen, ihre Waffen oder so einen Kack niederzulegen, aber das werden sie so nicht tun. Die sind völlig hirn-durchdiszipliniert, also es ist Pumpe. Dann würde ich, äh, tatsächlich eher, äh... Die... Versuchen, mich langsam näher an die Position ranzubringen, also mich irgendwie nochmal versteckt ranzuschleichen, während die anderen da, also Odrak da rumwütet. Mhm, du bestellst, du kriegst drei blaue Würfel. Gegen Schwierigkeit drei. Hervorragend. Die Stormtrooper schießen, wie eben schon angekündigt, auf den Tenor. Geronimo! Ähm, kann ich meine, äh, beiden, ähm, äh, Erfolge benutzen, um irgendwo, während ich mich da quasi weiter hinschleiche, irgendwo einen Ast runterzureißen, ähm, der die quasi irritiert, also auf eines der bedrohlichen Nexu hinweist, dass sie halt irritiert genug sind, um einen schwarzen Würfel zu kriegen? Ähm, ja. Ja. Ähm, Tenor, was hast du für einen Defense-Wert? Äh, zwei jetzt, mit der neuen Rüstung. Okay. Puh! Okay, das ist aber auch gar nicht, Mann. Das ist aber auch gar nicht, Mann. Gegen Schwierigkeit eins. Was zur Hölle? Tenor halt! Die haben halt Ultra-Kacke gewürfelt. Die haben echt Ultra-Kacke gewürfelt, die saufen aber in den Vorteilen. Ähm, ja, die schaffen es, äh, quasi unter dem Angriff von Otrak und dem einen Verlust, den sie nehmen mussten, trotzdem die anderen fünf sich quasi bei der Rettungskapsel so in Deckung zu begeben, dass Feuer, was quasi noch aus der Richtung kommt, wo Aeron ist und wo Tenor raus ist, ähm, dass die da vor Entdeckung sind. Das heißt, die sind jetzt in Deckung, haben schwarzen Würfen mehr, wenn auf sie beschossen wird. Und, ähm, konnten sich halt so zurückziehen, dass Otrak definitiv ein Manöver aufwenden muss, um wieder an sie ranzukommen. Und sind jetzt halt direkt in Deckung gegangen. Ihr seid dran! Ähm, Elias und Tenor kommen beide momentan auf der, äh, Laderampe an, die momentan nach unten ausgefahren ist, wo sie offensichtlich alleine drauf sind. Ähm, und ich würde, wenn möchtet, Elias und Tenor, möchtet ihr noch innerhalb dieses Kampfes von oben mitwirken? Wirken. Also ich definitiv. Mhm. Ich mach mich auf ins Schiff. Zur Schutzkontrolle. Äh, kann ich dir irgendwie sagen, dass du dieses Kontrollpanel abschließen sollst? Weil Türen in Star Wars funktionieren ja so, wenn das Kontrollpanel kaputt ist, gehen sie nicht mehr auf oder zu. Oder sie gehen auf oder zu, je nachdem was man braucht. Das ist aber nur bei Luke so. Ihr befindet euch da. Sind halt nur unten rausgefahren. Wo warst du nochmal? Ich hab mich auch noch rübergezogen, glaub ich. Ihr befindet euch gerade hier auf dieser Ladeluke. Die ist halt nur nach unten gefahren. Ganz genau. Komm ich ja eigentlich ziemlich schnell in die Geschützsteuerung, oder? Ja, die ist nämlich da. Du musst nur dahin, leider nach unten, dann bist du da. Ist das die Geschützsteuerung für alle Geschütze? Nein, nur für das hier. Okay, gut. Da, also ihr seid quasi hier. Ihr müsst nur da runter, leider runter und theoretisch nach oben. Also das einzige Schütz, das uns momentan beschießen könnte. Das ist richtig. Würde ich dort hinschleichen. Mhm. Wenn du dich... Also du müsstest quasi erstmal... Müsst du diese Laderampe, die nach unten gefahren ist, will ja hochgefahren werden, um da hinzukommen, ne? Das heißt, du müsstest quasi den Knopf drücken für Laderampe nach oben. So. Und dann könnt ihr von da aus nicht mehr nach unten schießen. Und damit würdet ihr jeglichen Weg nach oben zu kommen, für deine beiden versperren. Kann ich mich nicht wie hochziehen? Ähm... Mit einem... Das ist relativ tief, weil das von dieser Ebene, also von dieser Ebene, bis zu der Ebene, definitiv vier Meter sind. Weil das hängt momentan auf dieser Höhe etwa. Ich kann auch zwei Meter hoch springen. Das kannst du nicht. Okay, warte. Ich helf dir gleich. Lass mich da helfen. Das ist doch auf einmal etwas runtergelassen sein. Daran kann er doch hochklettern. Das müsste ja wirklich nicht sein. Ja, das ist richtig. Also du kannst mit Athletik 4, kannst du da hochklettern. In Geschützigkeit 4. Hm... Oder lass mich dir eben helfen, während ich erst schon mal agiere. Ich weiß schon ungefähr, was ich tun möchte. Dann tu das. Ähm, wenn du von oben schießen möchtest, ist die Schwierigkeit 3. 3 ist in Ordnung. Okay, ich mach erstmal schießen, das ist schon mal alles okay. Dann würfelst du gegen Schwierigkeit 3 und 3 schwarze würfeln. Äh... Okay, dann ist eh wurscht. Oder möchtest du was anderes machen? Nein, nein. Ich schieß da schon. 3 schwarze, 3 lila. Ich schieß einfach erstmal generell... Aber wenn du ihm helfen möchtest, dann kannst du auch nicht schießen in der Runde, ne? Natürlich. Ich hab doch 2 Aktionen. Nein. Ein Manöver und eine Aktion. Oder 2 Manöver und eine Aktion, wenn du Strain ausgibst. Wenn zum Helfen Manöver reicht, könnt ihr damit was machen, zum Beispiel irgendwie... Also zum Helfen reicht definitiv ein Manöver. Ähm, wenn du aber noch ein Manöver zum Zielen möchtest, müsstest du dir quasi ein zweites Manöver kaufen und dafür Strain ausgeben. Ach so. Sehr viel Erfolge wirft. Oder Vorteile, so. Also meine Idee ist jetzt erstmal quasi, bevor ich das ausführe, dass entweder A, ich schieße jetzt auf die und dann nehm ich dieses Seil, schieß das irgendwo hoch, dass er dran hochklettern kann irgendwie. Mhm. Oder B, ich schieße auf die und dann helfe ich ihm halt hoch, indem ich ihn irgendwie so, ja, hochbooste mit den Händen, keine Ahnung. Mhm. Hochboost mit den Händen, wenn Manöver. Okay, dann mach ich das. Dann schieße ich erstmal. Mhm. Oder beziehungsweise, was, wieviel Strain kostet mich, noch ne extra, den uns zu zählen? 2 Strain. Und du kannst Vorteile nutzen, um Strain wieder zu heilen damit. Mhm. Ja shit, dann machen wir das. Dann zieh ich auch noch dazu, krieg ich einen blauen. Pew pew pew. Und damit fällt ein weiterer Stormflug an. Und dann begebe ich ihn an die Seite und hält die Hände zusammen und ja, er wird das schon verstehen, was ich ihm damit machen möchte. Mhm. Dann geb ich ihm einen Vorteil und baue 2 Strain wieder ab. Oder? So funktioniert das. Ähm, ich meine 2 Vorteile sind 1 Strain. Dann baue ich 1 Strain ab. Aber du kannst quasi demnächst, der noch dran ist, noch einen blauen Luftflug damit geben. Dann geb ich ihm, ja immer noch einen blauen, ja. Ich glaube, Vorteil des Strain ist 1 zu 1, aber du kannst auch mit 2 Vorteilen dein eigenes Manöver, das du dir holst, finanzieren. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Okay. Ja, dann passt das 1 zu 1. Das ergibt Sinn. Okay, dann baue ich 2 Strain ab und geb ihm einen blauen. Schwierigkeit immer noch unverändert. Hab nachgeguckt, es ist wirklich 1 zu 1. So, wie viele blaue Würfel bekomme ich insgesamt? Was ist die Schwierigkeit? Ähm, für Athletic gegen Schwierigkeit 4 kriegst du dann dementsprechend 3 blaue Würfel. Immer diese Triumph. X. Ähm, du versuchst da hochzukommen und hättest es auch beinahe geschafft, rutscht dann, äh, deine Hand rutscht dann allerdings weg und du fällst wieder runter, schaffst es aber dank dem Triumph dich auf dieser Leiterfläche so abzurollen ein bisschen, dass du fast keine Geräusche machst und eventuelle Leute, die oben im Schiff sind, darauf aufmerksam werden. Das wäre mein Vorschlag für den Triumph. Ja. Kann er mit dem, äh, mit den 2 Vorteilen sich eventuell von da oben irgendwie noch ein Seil runtergezogen haben? Äh, das wäre eher der Triumph. Schade. Ähm, wer möchte als nächstes? Otrak würde gerne. Mhm. Otrak wird einen Moment, also tatsächlich einen Moment stutzen, äh, wegen dem Gefühl, das er gerade beim Zuschlagen hatte, bis er realisiert, dass der Weisemann ihm ja gesagt hat, dass man keine Angst haben darf, das heißt, er darf halt vor diesem Gefühl jetzt auch keine Angst haben und versuchen, das zu verhindern, sondern muss halt einfach das tun, was er tun muss und keine Angst dabei haben. Wird dann weiter in den Nahkampf gehen und angreifen, ich würde ihm dafür aber einen schwarzen Würfel geben, weil er zum Moment des Stockens da drin hat. Ja. Dann gibt's den. Ähm, haben die weiter die 2 Verteidigungen im Nahkampf? Äh, diesmal haben die 3. Also insgesamt 4 schwarze Würfel. Mhm. Okay. Äh, krieg ich durch etwas blaue Würfel? Äh, ja, der eine guckt grad hoch, weil er, weil der eine untere quasi gesehen hat, dass Elias fast quasi die Rampe runtergefallen wäre und hat deswegen einmal hochgeguckt. Für den kriegst du einen blauen Würfel. Okay, cool, nehm ich. Genau. Booyaka. Ähm, das sind 9 Schadenspunkte. Dafür kriegen die, wenn sie auf mich schießen, dementsprechend Vorteil, weil sie jetzt mitbekommen, dass ich direkt vor ihm bin und... Otra wird wahrscheinlich tatsächlich keinerlei Geräusche machen, aber er fällt halt fucking auf. Mhm. Damit fällt ein weiterer unter deinen Händen und du fängst an, dieses Gefühl zu genießen. Nein, dem möchte ich mich widersetzen. Ich werde alle Gefühle, was das angeht, einfach ignorieren wollen, weil ich muss jetzt das tun, was getan werden muss, ohne dabei Angst zu haben. Würfel dafür bitte einmal Disziplin. Okay. Gegen Schwierigkeit 3. Äh, wegen dem Gespräch, was du vorhin hattest, kriegst du durchaus 2 blaue Würfel. Wegen deinem Morality-Wert kriegst du aber auch 2 schwarze. Okay. Oh shit. Kann ich da an der Stelle einen Leitzeitpunkt nehmen, um meine Würfel aufzuwerten? Definitiv. Denn das wäre jetzt bitter notwendig. So, dann wollen wir doch mal. A-Dinger. Der Gute-Mann. Kann ich mich aufgrund der, keine Ahnung, ehesten Verbindungen, die ich halt zu Odrak habe, dazu inspiriert fühlen? Zumindest Odrak einmal zu sensen, damit ich eine Ahnung habe, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Ähm, hier habe ich für meinen Vorswürfel. Das kannst du aktionsfrei machen. Check. Ja. Ruhig bleiben, du musst jetzt tun, was du tun musst. Ruhig bleiben, du musst jetzt tun, was du tun musst. In Ordnung. Quasi auf Dauerschleife zwischen seinen Ohren. Was für ein Mantra, was ihm eine gewisse Ruhe verleiht und Aufgeglichenheit. Okay, dann möchte... Achso, hat Odrak jetzt schon Dinge getan? Ja, er hat den nächsten wieder gestreckt, ne? Genau, okay. Ähm, wenn da keine Einwände sind, würde ich Odrax beide Vorteile nutzen wollen. Aber vergiss es, das war ja der Disziplinenwurf. Vergiss es. Und, ähm, aber ich würde dann das, ähm, versuchen weiter, äh, ranzukommen. Mhm. Ähm, ja, dann gibst du dich so ein bisschen aus deiner Entdeckung raus. Und, ähm, wenn sie, und könnten dich entdecken. Jetzt ist mal ein bisschen, bis jetzt ist quasi am Waldrand. Wenn du jetzt weiter gehst, dann wirst du definitiv in deren Schussbahn geraten. Auch wenn du dir sicher bist, dass die jetzt eher Odrak beschießen möchten. Das ist okay, dann sollen sie, äh... Ich versuche tatsächlich einfach möglichst ungesehen weiter näher ranzukommen. Mhm. Und möchtest du da noch schießen? Das überlege ich gerade. Äh, ja, ich versuche einfach mal einen mit runterzuholen. Wenn du dichter an dir ran bist, schießt du auf kurz und kannst Betäubung schießen, wenn du das möchtest. Ja, das ist okay. Okay. Ähm, kann ich noch Manöver ausgeben, um blaue Würfel zu kriegen? Äh, ja, dann müsstest du allerdings zwei Strange Race Manöver ausgeben. Das ist okay, besser das als gar nichts. Okay. Naja. Gut, dann sind die Stormtrooper dran. Ich setz mal die Erfolge, wenn das für dich okay ist, kannst du ja in deinen Strange umwandeln. Das macht total Sinn, ja. Ähm, die Stormtrooper, die verbleiben sind, schießen auf Ottrak. die Fans eins im Fernkampf. Ähm, dann bekommst du, lass mich das eben nachgucken. Ähm, äh, äh, zwölf Schaden. Okay, dann werde ich ein Stück weit davon reflekt, äh, werde auch reflektieren. Damit kann ich schon mal vier davon ignorieren. Dann kann ich noch mal fünf weitere ignorieren, dann kommen nur drei an. Ähm, das kostet Strain, nicht wahr? Ja. Ja. Du kriegst einen blauen Würfel, wenn du sie angreifen möchtest. Okay, äh, werde ich nächste Runde vorhaben. Mhm. Ähm, ähm, äh, wie krieg ich eigentlich jetzt, du hattest das letzte Mal gesagt, ich krieg mehr Strain, wegen Morality-Dings. Äh, ja, das guck ich. Dein Strain-Limit steigt auf jeden Fall mindestens um eins, das weiß ich. Ich weiß mir nicht sicher, ob es eins oder zwei. Ich meine aber auf jeden Fall eins. Okay. Ist ja jetzt grad nicht ganz unwichtig. Mhm. Dann sind wir wieder dran, oder? Mh, ja, dann seid ihr wieder dran. Ihr könnt euch überlegen, wer zuerst handeln möchte. Frau Trank möchte. Ich finde, es ist egal, ob ich diese Runde endlich in dieses behinderte Schiff reinkomme. Wandermann. Ja, äh, ich find's auch wichtig, dass der Plank da hochkommt. Aber im Prinzip ist es egal, wann er da hochkommt. Also, wann in dieser Runde, meine ich. Es sollte mir alle blauen Würfel geben. Damit ich aber nur so zehn, zwanzig Stück hab, dann bin ich da safe. Äh, nochmal bitte. Ich bin grad ein bisschen, ich muss grad ein bisschen in die Richtung denken. Wer möchte handeln und was tut er? Ja. Dann fang ich jetzt Kackendreist an. Otrak möchte wieder zuhauen. Mh, ja, tu das. Du bekommst, wie gesagt, blauen Würfel. Wie viele Schwarze sind da noch übrig? Ähm, da sind diesmal noch zwei Schwarze über, weil die jetzt nicht mehr in Deckung sind, außer einer Perspektive. Ja. Dann würde ich gerne, also zum einen mache ich zehn Schaden und ich würde die drei Vorteile gerne nutzen, wenn das möglich ist, um einen Crit zu machen und zwar mit folgendem Effekt. Ich möchte beim ersten zuhauen, wo ich jemandem halt das Schwert irgendwie irgendwo hin haue, quasi dem dann nächsten dran stehenden Trooper in so einem, im langen Schwung der Bewegung des Schwertes den Helm vom Kopf runterschlagen und in dem Moment, in dem ich das realisiere, in so einer Drehung mit meiner Faust einfach voll in die Fresse habe, um ihn auszunocken. Dann muss ich ihn nicht umbringen. Das findet Otrak gerade durchaus sinnvoll, das zu erreichen und würde das dafür gerne nutzen. Okay. Als coolen Crit-Effekt. Du tötest den einen und den nächsten, äh, schlägst bewusstlos. Den du bewusstlos schlägst, ist auch der Sargent der Troppe. Okay, nehme ich. Ähm, der nächste. Ja. Wie viele sind da jetzt noch? Zwei aktive Stormtrooper. Zwei aktive Stormtrooper. Äh, dann würde ich tatsächlich, äh, würde ich jetzt die Nähe ausnutzen, die ich da zur Verfügung habe, um, äh, zu versuchen, einen, den nächsten außer Gefecht zu setzen, bevor, äh, der einfach noch gekillt wird. Äh, ja. Dann wieder Schwierigkeit eins, zwei schwarze Würfel und nur einen blauen, wenn du halt zum Zielen benutzt. Ich, äh, muss ja noch ein zweites Manöver, ähm, um halt komplett gut durchzuzählen. Okay, dann zwei blauen Würfel. Ja, ich treffe. Das sind immerhin acht. Äh, acht Strange Shards, nicht wahr? Si, Senor. Dann, lass mich das mal eben gucken. Äh, hm. Geht ihr alle leicht in die Knie. Ähm, dann wären die beiden oben dran. Äh, ja. Ich schieße nochmal von oben. Ohne zählen. Ist wieder gegen die 3-3. Mhm. Äh, Triumph, um die Gefahr wegzumachen? Oder ne, Triumph, dass ich ihn verletze, aber nicht umbringe. Ähm, ja, damit... Mit dem Triumph kannst du, glaube ich, so einen direkt auslocken, oder nicht? Äh, du kannst genau, mit Triumph kannst du sowieso sagen, der ist bewusstlos. Okay, dann nehme ich den, der am unverletztesten ist, den bewusstlos machen. Ja. Dann war das quasi der letzte. Jetzt haben wir da einen bewusstlosen von Ottrak und einen, der in die Knie gegangen ist von, ähm, Aeron. Genau. Und dann helfe ich Dingens wieder hoch. Dann mit dem gleichen Wurf wie eben nochmal Ela ist. Da ist nicht minus einen blauen, weil... Da macht der Fakt. Kannst du dich vielleicht mal statt einem Triumph einen Erfolg würfel, du Nase? Nee. Das wird zu einfach. Hm. Gleiches Spiel, aber diesmal die 5 Erfolge für noch ein Seil. Diesmal schaffst du es von da oben auf der Seile runterzuziehen, ja. Ähm. Ich würde auch fast sagen, dass wir, ähm, gleich schon einen Cut machen, wenn quasi die Situation so weit ist, dass ihr in das Schiff gehen würdet. Jo. Weil ansonsten glaube ich... Ja, ich würde sagen, ansonsten glaube ich, sprengen wir nämlich die 24 Stunden in der Mitsache. Goddammit! Aber wir sind jetzt bei 4 Stunden Aufnahme und noch nicht bei 24, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich meine, Uhrzeit. Das heißt, wir warten 2 Wochen bis wir... Oh Gott, wie grausam. Ja, ist okay. Ähm. Ja. Unten. Ja. 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 Ähm. 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 Also wenn ihr die in die Kapsel legt, ist deren Überlebensstank definitiv deutlich höher. Genau das macht Ottrak. Die in die Kapsel rein, strommatsch aus, Kapseltür zu. Mhm. Ähm. Drei sind halt noch am Leben und drei sind definitiv von dir getötet worden. Also wenn ihr... Moment, die hab ich nicht alle alleine getötet. Drei hast du alleine getötet. Zwei. Einen hat Tenno erschossen. Äh. Das stimmt. Stimmt, du hast recht verjungen. Ich hab nur zwei getötet. Ne, ne. Ähm. Den ersten getötet. Den zweiten getötet. Dann war dein... Also nach dem zweiten Mal das Disziplinwurf und dann hast du danach noch einen getötet. Der Disziplinwurf war nach dem ersten. Ich hatte vorher noch keinen... Zwei. Nein. Doch. Sicher? Ich hab... Ich hab... Ich hab nur... Hab ich echt drei Angriffe gewürfelt? Hey, krass. Okay, dann fehlt mir der einer in meinem Kopf. Aber ich werd trotzdem zu sehen, dass ich die drei bewusstlos in diese Kapsel bekomme, damit die halt ne Chance zu überleben haben. Mhm. Ja. Ähm. Ähm. Ne, der Sergeant ist bewusstlos, ne? Mhm. Ja. Ach, ist auch egal, das dauert eh zu lange. Ähm. Mach mal. Ich hatte grad kurz überlegt, ob ich halt mir eine Rüstung schnappe, die halbwegs meine Größe sein müsste und dass tatsächlich, dass zumindest einer getarnt ist, aber das dauert definitiv zu lange. Das ist Quatsch. Bisher habt ihr's geschafft, die so zu überraschen, dass die nicht um Hilfe quasi funken konnten und die komplett überwältigt innerhalb von kürzester Zeit. Ihr habt also bisher richtig gute Arbeit geleistet und richtig Glück gehabt, dass die in der ersten Runde so hart daneben geschossen haben. Also in der ersten, wo sie wirklich aktiv geschossen haben. Ja, trotzdem dauert's ewig so ne Rüstung auszutauschen, oder? Mhm. Das dauert durchaus sechs, sieben Minuten. Ja, das ist zu lange. In der Zeit werden die zurückgefunkt haben und nach dem Status definitiv einmal gefragt haben. Mhm. Aber jetzt könnt ihr auch definitiv die Seile benutzen und die Flaschenzüge um euch quasi automatisch hochziehen zu lassen, denn die haben coolere Seile als ihr. Ja. Das wird dann auch getan. Ihr müsstet quasi nur die Gürtel der Stormtrooper auf einmal umlegen, quasi die Seile reinhaken und euch hochziehen lassen. Jo. Jo. Und oben angekommen wird Otrak zu Tenno gehen und ihm auf die Fresse hauen. Was? Und ihm dabei schreien, weil du Arsch aufgefallen bist, musste ich Leute umbringen. Und wird ihm halt voll einmal auf die Fresse donnern. Was? Du hast so'n Blaster mit Stuntfunktion, du Idiot. Das ändert nichts daran, dass wir sie schnell totbekommen mussten, weil du da wie so'n Held reinreiten wolltest. Psch. Ruhe jetzt. Psch. Es ist gut gelaufen. Hört auf mit dem Scheiß. Ist da wer? Hallo? Und dann taucht ein Gesicht über euch. Hört auf die Ladeluke runterguckt. Ein Typ in einer grauen imperialer Geheimdienstuniform. Offensichtlich 19 Jahre alt. Also jung. Und dann deute ich mit meinem Schwert jetzt vielsagend auf Tenno's Blaster, den er wahrscheinlich in seiner Hand hat. Und guck ihn immer noch grimmig an dabei. Ich schieße mit Stun of Day. Schieß. Schwierigkeit 1. Kein schwarzer Würfel. Ich ziele sogar noch dazu. Nur um ganz sicher zu gehen. Ähm. Ja, er sagt runter, kippt vorne rüber und fällt auf euch runter. Vortrag möchte ihn gerne auffallen, damit er keine weiteren Blessuren abbekommt. Mhm. Ähm. Körperbeherrschung gegen Schwierigkeit 2. Ähm. Was ist Körperbeherrschung auf Englisch? Ähm. Coordination? Ja. Okay. Nö. Er fällt, also du versuchst ihn quasi zu fangen. Er rutscht dir aus den Händen, rutscht an dir vorbei, schlägt sich den Kopf auf und würde, ähm, die Ladeluke runterrollen, wenn nicht irgendjemand jetzt einen Athletikwurf gegen Schwierigkeit 3 schafft. Darf ich das auch selber suchen? Das versuche ich noch. Außer Ottrak. Ähm. Verdammt. Athletik gegen Schwierigkeit 3. Nein. Nein, nur Elias oder Aeron. Weil die beiden die Zone noch nichts getan haben. Wenn die das tun möchten. Ich kletter lieber an das Schiff. Okay. Aeron? Schwierigkeit 3, sagst du? Ja. Da ich auch noch nichts gemacht habe, kann ich meine Manöver davon aufwenden. Ja, du darfst dafür zwei blaue Würfel benutzen. Kann man jetzt sogar noch einen Würfel noch aufwerten mit Leitzeitpunkt? Ähm, ja, er kann mit dem Leitzeitpunkt einen Würfel aufwerten. Komm, mach dir, gönn dir! Einen Leitzeitpunkt dafür ausgeben? Ja, ist okay. Behe, das klappt jetzt nicht. Wieso? Nein. Nein. Du schaffst es gerade ebenso, ihn am Fallen zu hindern. Ansonsten wäre er etwa 30 Meter in die Tüfe gestürzt. Er hat offensichtlich eine leichte, leichte Platzwunde an der Schläfe. Ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Aber ihr hört jetzt über euch auch Schritte. Ähm. Bin ich mittlerweile schon im Schiff? Tatsächlich. Du willst gerade... Du legst gerade deine Hand auf quasi die Innenseite des Schiffes und guckst hoch und siehst da wie... Lass mich dir jetzt eben auf dem Map zeigen... Ähm... ...hier... ...Sturmtruppen rauskommen. Aus der Stimme, die gerade aufgeht. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr schnell genug, um irgendwie reinzukommen, um irgendwo zu verstecken. Hochkommen schaffst du, aber verstecken ist schwierig. Es ist schwierig, aber es ist möglich. Drück den Knopf, drück den Knopf! Das fährt uns dann hoch. Mhm. Es ist noch langsamer, glaube ich. Aber garantiert. So, ich würde jetzt gerne einmal die Szene wechseln zu Anspor. Anspor sitzt in ihrem Schiff und hat dieses echt ungute Gefühl. Sieht am Horizont, da wo der Gozanti-Kreuzer ist, ein paar rot aufleuchtende Lichtblitze von unten. Offensichtlich wird da unten geschossen. Und in dem Moment, wo die Lichtblitze aufhören, hört sie das Knacken von Ästen. Ein Knacken von Ästen, die mannsdick sein müssen. Irgendetwas Großes zerbricht da gerade Äste oder kleine Bäume. Und das kommt näher. Und jetzt würde ich gerne Cut machen. Du 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 Vielen Dank.